So Leute, jetzt ist Winter, jetzt ist offiziell Winter. Baywatch Berlin hat jetzt hier, heute ist der 1. Dezember, glaube ich, die Aufzeichnungszeit, der Aufzeichnungstag 1. Dezember. Jetzt habe ich ein Wintergefühl, ich warte jetzt nur auf den 1. Schneematsch, der hier in die Hundekacke fällt. Der vermischt sich dann so mit so toten Tauben hier in Berlin und da weiß man, bald kommt der Weihnachtsmann. Und das ist der Moment eigentlich, wenn so das 1. Mal so richtig dieser Kladderadatsch da vom Himmel fällt. Da renne ich sofort los und mache so, wie Kevin allein zu Hause, machst du die Arme hoch. So kurz nachdem er sich so Aftershave ins Gesicht gemacht hat und alles brennt. So hüpfe ich auf dem Bett rum und ziehe mir danach den Schneeanzug an und renne sofort raus. Das ist irgendwie... Rodeln? Rodeln, auf dem Rodelberg. Gut, sehr gut. Kennt ihr das? Bei mir war das immer sofort. Ich habe gesehen, es kommt so ein ganz bisschen Schnee runter und für Kinder ist ja Schnee sofort. Das ist wunderschön. Also man wird dann immer sehr schnell wieder von den Eltern gebremst. Aber sobald so ein bisschen Schnee von mir fällt, bin ich ausgerastet, als wäre ich bereits in St. Moritz. Und dann kommen aber die Eltern und sagen immer dasselbe. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Das bleibt eh nicht liegen. Das stimmt, das sagen die. Stimmt, immer spieferter. Warum ist das so? Warum müssen die Träume zerstören? Weil man selber... Meine Theorie ist, weil die keinen Bock haben, jetzt hier den Kindern diesen super komplizierten Schneeanzug anzuziehen. Weil das ist ja der Spaß. Und dann will man noch eine Mütze und noch einen Schal und noch Handschuhe und so. Dann müssen die noch hinten durchgezogen werden, damit man die nicht überall liegen lässt. Und so und diesen ganzen, dieses ganze Theater, das wollen die nicht machen für die Kinder dann, weil die ja wissen, das hört in fünf Minuten wieder aufzuschneien, nix bleibt liegen. Das lohnt nicht. Ja und dann, sagen wir mal, das Elternteil zu sein, dessen Kind peinlich mit dem Schlitten schon in der Auffahrt steht, wo vollkommen klar ist, dass in den nächsten zwei Wochen hier Rodeln nicht möglich sein wird, nur weil so ein bisschen Matsch vom Himmel fällt. Ich glaube, das ist dann der Grund, dass man einfach dem Kind diese Freude nimmt, um das abzukürzen und zu sagen, du bist klein und dumm. Ich bin groß und habe das schon ganz oft erlebt. Wir beenden jetzt diese komische Begeisterung hier und gehen über zur Tagesordnung. Und wenn es dann richtig schneit, dann sage ich dir, wann wir den Schlitten rausholen. Es ist sowieso faszinierend, dass heutzutage ist ja so, alles, was mit Kindern stattfindet, ist sehr, sehr sicher. Wenn du zum Beispiel jetzt einen Kindersitz kaufst fürs Auto, dann ist der so sicher, dass die Eltern bei einem schweren Unfall auf jeden Fall tot sind und das Kind sagt, iss was. Also das muss man auch mal, finde ich, grundsätzlich mal so sacken lassen, ob das so gut ist für die Evolutiv oder aus der Evolution her gesehen. Ja, wenn dann super viele, super sichere Kinder überleben. Aber das ist ein anderes Thema, aber alles ist sicher. Wenn ein Kind heute Roller fährt, dann hat man dabei einen Helm an. Ist ja logisch, weil der Roller könnte bei KMH 2 umkippen. Aber was du früher so Johnny Knox will, ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Nein, natürlich nicht, aber ich will darauf hinaus, dass das Einzige, die letzte Domäne, wo Kinder etwas super Gefährliches grundsätzlich machen dürfen, ist das Schlittenfahren. Überleg mal, hier in Berlin, wenn es mal geschneit hat, dann liegt da so eine ganz dünne Schneeschicht, das ist eigentlich mehr so ein Raureif und da drunter ist das blanke Eis. Und da bin ich früher auch geruhlt. Da gibt es Berge. Das ist alles so ein Schrott. Die sind zwei Meter hoch und zwei Schlitten. Es gibt überhaupt keinen Berg hier in Berlin. Doch, doch. Also nicht mal ein Hügel, das taugt nicht mal. Der Schlitten, der kriecht da runter, aber es ist so typisch. Und dass du dann wieder sagst, da wäre so eine Eisschicht drunter, als wäre es ein Messner, der irgendwie den K2 runterrodelt. So war es, Spitti. Das ist eine Scheiße hier in Berlin. Wir haben hier noch Berge, weil hier nämlich Krieg war schon. Wir haben hier aus alten Bombenfetzen, sind hier der ein oder andere Hügel und da kann man super gut, kann man da Schlitten fahren und da war eine Eisschicht und da wurde es von Eltern erlaubt. Und bis heute ist es nicht anders, dass man auf einem Holzgerät ohne irgendeinen Schutz mit 200 kmh möglicherweise in eine Tanne reindonnert. Es ist das letzte Domizil, wo man nochmal so richtig abgehen darf als Kind. Also es ist tatsächlich mir mal passiert, wo war denn das, in der Nähe von Oldenburg, ich glaube entweder war das in Sandhatten oder in den Dammerbergen. Das sind jetzt nicht die Alpen, aber... Jetzt fängt der nächste an. Nein, nein, ich sag ja, es sind nicht die Alpen und es reicht, aber da hätte es Hannibal mit den Elefanten leichter gehabt, sagen wir mal, bei den Hügeln. Dennoch war das so zum Rodeln ganz schön und ich kann mich aktiv an etwas erinnern. Man kann ja nicht sich aussuchen, an was man sich jetzt gut erinnert aus der Kindheit. Einige Sachen, die einem eigentlich egal erscheinen, sind komischerweise hängengeblieben und andere spektakuläre, dann auch nachvollziehbar erinnerte Dinge, die habe ich noch im Kopf. Und das ist zum Beispiel ein Unfall mit meinem Schlitten. Da bin ich wirklich mit den gefühlten 200 kmh da runtergesaust. Meine Mutter stand unten irgendwo und ich habe gesagt, guck mal, was ich kann und so weiter. Und ich bin dann auf so einen Baum zu und bin also wirklich frontal gegen den Baum. Und dann ist mir etwas passiert, was mir nie wieder passiert ist. Ich habe mich an dem Schlitten festgehalten, der ist nicht umgefallen, sondern der ist wirklich einfach gestoppt vor diesem Baum. Und ich war ein bisschen erkältet und dann weiß ich noch, dass mir die Rotze senkrecht aus der Nase geschossen ist. Das heißt, ich hatte... Diese Laserstrahlung. Wie Laserstrahlung. Wie Mortal Kombat. So war das. Ich sah also diesen Baum vor mir. Ich stoppte. Mein Kopf blieb da, wo er vorher auch war. Ich habe also mit der Kraft meines Nackens das alles zurückgehalten. Das Einzige, mit was hätte ich das festhalten sollen, nicht festhalten konnte, waren zwei halb Meter lange Rotzestrahlen, die mir aus dem Kopf schossen. Wahnsinn. Spider-Man. Deutsches Spider-Man. Aber das kann hier unseren Hacke-Schorsch aus dem Saarland alles nicht schocken. Schmini, komm jetzt erzähl mal, was du da geleistet hast. Ja, aber ich erzähl euch mal, was ich geleistet habe. Also wir waren... Das ist eine Hacke-Schorsch, war ich mal wieder unterwegs, ja. Vom K2 runtergedüst, ohne Bremsen. Ne, Schmini? Noch schlimmer. Wir waren nämlich auch noch arm in unserer Jungen. Hast du aus Joghurtbechern Schlitten gebaut? Ja, pass auf. Nein. Wir waren arm. Ich war immer... Ich war leider gesegnet mit einem Vater, der Sportlehrer war und der ist seit 100 Jahren eine Skifahrer-Dynastie. Ja, ich wollte aber cool sein und Snowboard fahren. Aber arm wäre ja... Ja, aber kommt ja dazu. Ich wollte Snowboard fahren, aber da waren meine Eltern scheiß Snowboarder, die fahren einem nur in die Beine, so hatten sie keinen Bock drauf. Und liegen nur, mein Vater immer, liegen nur auf der Piste rum. Ja, da sind die Reichen. Ja. So, und dann haben wir, also mein Freund Steffen und ich, wir haben uns dann Snowboards gebaut. Und zwar so Basketballschuhe, die haben wir auf Skateboardbretter drauf geschraubt. Mit einer Bohrmaschine so drauf geschraubt. Und dann sind wir, damit haben wir versucht, die Hügel runterzufangen. Ach du Scheiße. Das Dumme ist, die haben ja keine Kanten. Ja, und die sind nicht gewachst und nix, ne? Ne, die sind auch nicht gewachst, aber das ist nicht das Problem. Ach so. Also das war einfach ein Schuss in den Ofen, ja. Ach, der arme Junge. Was sagt ihr dazu? Meine, äh, ein Nachbar meiner Eltern. Ja. Im Saarland, der hat sich eine, eine Schneemaschine, äh, Schneekanone zusammengeklaut. In diversen Skigebieten. Nein. Der ist jeden Abend irgendwo hin und hat irgendwas abgeschraubt. Einen Teil, das er braucht, der hat eine Schneekanone. Wie so ein iranischer Atomforscher, überall so ein Teil mitgenommen. Richtig. Und da Sanktionen kreativ geworden ist. Und es, ohne Scheiß, der macht jetzt auch, dann gibt es so das große Winterfest in der Straße und da wird die ganze Straße beschneit und es funktioniert wirklich und die Kinder rodeln und fahren Ski. Boah, ein Visionär. Ja, willst du den begrüßen? Ist das so eine Art Schnee-Robin-Hood? So ein Schnee-Robin-Hood. Ja, genau. Er nimmt es von den reichen Skigebieten und gibt es den Armen. Aber wie du das erzählst. Den Armen Lehrerkindern. Aber das ist ja wirklich eine tolle Geschichte, die du da erzählst. Weihnachtsmärchen. Naja, weil, guck mal, das letzte Mal, dass man gehört hat, dass jemand, der dann mit der Sache, die er da sich selber beigebracht hat, so erfolgreich wurde, wie Schmidt das jetzt gerade vom Snowboard erzählt hat. Man weiß ja, wie toll er mittlerweile fährt. Also hätte damals Willi Bogner sich für Snowboard entschieden, würde er heute so fahren wie Schmidt. Und eigentlich ist das eine Geschichte, so wie du dir das Snowboard zusammengebaut hast, eigentlich wie so ein brasilianischer Fußballstar, der irgendwo im Hinterhof mit einer Cola-Dose die ersten Fallrückzieher gemacht hat. Das gefällt mir. Ich habe jetzt Angst, dass die ganze Nummer mit Luke Mockridge für Netflix verfilmt wird. Also weil sie so gut auch ist, so substanziell, weißt du? Richtig gutes Weihnachtsmärchen. Kommst du denn da? Also hast du das gesehen? Naja, ich habe es noch nicht gesehen, aber es ist sicher fantastisch. Ja. Ja. Das sind Dreiteiler, ne? Ja, zurecht. Ja, wie, was zurecht? Was ist los? Ich höre nur Gutes, ich höre nur Gutes, ich will es loben. Was, wo hast du das gehört? Im Burger King Magazin, vier von fünf möglichen Burgern oder wo wurde es gut? Na, ich glaube aber, es ist eine sehr gute Geschichte von Schmidt und ich glaube, es hätte auch das Zeug für Netflix, wenn man sieht, was so auf Netflix ist, dann muss man sagen, ja, auch hier der Qualitätsstempel zugestellt. Ja, das gucken wir über die Feiertage, oder? Ich finde, das sollte hier, das sollte der Amelie-Regisseur, sollte das uns so machen. Da können wir mal nach Kieberg fahren und dann stellen wir das nochmal nach. Und Martin Scorsisi kann mich so künstlich jung machen. Ach, super. Also, ich wäre bereit, Schmidi. Ja? Ich würde da mit dir dran rumfuschen. Also, ganz ehrlich, für künstlich jung machen, das können wir bei ProSieben selber. Das war toll, oder? Also, ich weiß nicht. Oh, was denn haben wir, ist heute Dienstagmorgen? Heute ist Dienstagmorgen, das heißt, für uns war es gestern, für euch ist schon ein paar Tage her, man hat ein großes Stück Journalismus gesehen, in dem wir jemanden... Ralf Möller Backen aufgespritzt haben. Das meinst du, oder? Ja, richtig, genau, wie wir Ralf Möller Kochsalzlösung in die Schnauze gespritzt haben. Das war der große Werbespot zum Thema Bunkerbacke, aber dann gab es weitere Trittbrettfahrer, die am Montag nachgelegt haben und da muss man sagen, der Jenke von Wilmsdorf ist ja zu ProSieben gekommen, das heißt, bei RTL da abgeworben, dann zu ProSieben gekommen, gesagt haben, hier, kannst du hier weitermachen und er hat jetzt also das Angenehme mit dem Notwendigen verbunden und hat gesagt, also wenn ich jetzt bei so einem neuen Sender bin, möchte ich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen einen frischen Tang haben. Er hat sich auch ein Stück weit neu erfunden, muss man sagen. Und hat sich auch ein bisschen die Falten aus dem Sack gezogen und das konnte man als Zuschauer miterleben, indem man tatsächlich nachvollziehen konnte, wie er, ich glaube, in drei Monaten sich sein Gesicht neu gemacht hat. Eine Hälfte. Ja, jetzt hat er natürlich beide Hälften gemacht, damit er nicht irgendwie aussieht wie der eine aus Batman. Das sieht jetzt ein bisschen aus, sorry, aber wie König Boris von Fettes Brot. Ja, da müssen wir mal drauf achten. Also no hard feelings, aber ein bisschen König Boris. Ja, also man weiß es ja vorher nicht. Also jetzt mal so eine Frage an euch. Und das will ich jetzt ehrlich beantworten. Ich will jetzt keine Gags. Ich will jetzt keine Gags. Aber ob alle Zuhörer jetzt verstanden, was passiert ist? Ich finde, du hast zu verklausuliert gesagt. Ja, hol die mal ab. Ja, hol sie kurz ab. Tut mir leid. Jenke von Wilmsdorf, früher bekanntes Extra-Gesicht, hat als Reporter immer wieder erstaunliche Sachen gemacht, mal ganz viel Drogen genommen, jetzt neu bei ProSieben und er hat in einer zweistündigen Dokumentation gezeigt, was kann die moderne Schönheitschirurgie leisten und hat das aber nur an einer Gesichtshälfte, man hat mal so journalistisch versucht zu untersuchen, warum ist das überhaupt ein Bedürfnis von Leuten, das zu machen und wie wirkt das, wie sieht das aus? Das ist ein Experiment gewesen. Ein Experiment. Ja, so und jetzt möchte ich aber von euch mal ganz ohne irgendwelchen Sarkasmus oder sonst was, möchte ich mal von euch wissen, weil ich finde jetzt nichts schlimm an Schönheitschirurgie, ehrlich gesagt, wer da Bock drauf hat, aber wieso nicht? Kann ja jeder sich überlegen. Sehr gut, die Leute abgekocht, die jetzt sonst bei Insta schreiben. Sehr gut, klasse. Ja, das meine ich doch. Also ich weiß gar nicht, welche Meinung dazu jetzt die beste wäre. Also es ist mir gar nicht klar, wo man jetzt sich weniger Feinde macht. Das ist mir nicht bewusst. Ich finde das aber wirklich so. Ich denke, wenn einer da Bock drauf hat, dann soll er da doch das machen, wie er lustig ist, ja? Aber was würdet ihr an euch machen? Vor was hättet ihr Angst? Was wären Schönheitsoperationen, die ihr gerne machen würdet? Und ein bisschen versteckt ist natürlich auch die Frage, mit was seid ihr nicht zufrieden? Was ist zwar hässlich, aber soll so? Ja, also ich würde, damit du ein bisschen Nachdenkzeit hast, Schmitty, weil ich... Ich muss da nicht nachdenken. Ach, willst du das schon ernst, bitte? Ja, ab. Also ich würde mir da auch so das Fett am Bauch so wegbrennen lassen, wie ihr gestern bei Late Night Berlin. Genau, das haben wir bei Late Night Berlin, für alle, die das nicht gesehen haben. Wir haben dann auch natürlich direkt mitgezogen und im Windschatten des Entsetzens, was ja dann hängt... Im Schönheitsrausch auch. Ja, nein, weil auch so ein bisschen schlau auch, dass man sagt, um Viertel nach acht, wenn Leute dagegen sind und da rumwettern, dann bleibt die ganze Beschwerde ja an ihm hängen und im Windschatten dieser etwas größeren Sache kann man natürlich heimlich noch selber sich ein bisschen Fett wegbrennen, ohne dass das irgendwie hängen bleibt, weißt du, ohne dass die Leute dann sagen, am Montag war das aber mit der Schönheits-OP bei Klaas bei Late Night Berlin, das wird ja keiner sagen, im Kontext dieses ganzen Abends. Das heißt, wenn jetzt eh die große Beschwerde schon da hängt, dann kann ich da so heimlich auch mal ein bisschen an meinen Bauch da rummachen. Naja, genau, es gab ja so ein paar Stimmen, auch bei Jenke, die gesagt haben, na, das hat er clever gemacht, der Sender bezahlt ihm all das, was er machen will und er kann immer noch sagen, natürlich bin ich operiert, aber es war halt ein Experiment, auch so im Freundeskreis. Bekanntenkreis, also da hatte ich das einfach nur clever. Und im Urlaub sieht er einfach nur geil aus dann. Und ehrlich gesagt, in klein habt ihr das auch gemacht, das war mein Eindruck. Ihr habt euch diese Fett wegkanone da geholt, habt gesagt, hier, wir machen Gags, 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 aber der Effekt ist ja jetzt trotzdem, ist er da, ist er schon da? Also ich muss sagen, also es war ein Gerät, ein ganz spezielles Gerät, das hat so funktioniert, also Dr. Fatemi war da, ein Schönheitschirurg, muss man aufhören, weil erst ist SCH und dann, das ist immer schwer zu sprechen, Schönheitschirurg und der hatte ein Gerät, das hat das Fett beschossen, der hat uns das erklärt, von außen wurde das weggebrutzelt, die Fettzellen und von unten wurden die Muskeln so angespannt wie unter einer ganz starken sportlichen Belastung, die mein Körper so natürlich gar nicht gewohnt war und so wird das von beiden Seiten weggebrannt. Und es ist möglich, mit vier Sitzungen, 30 Minuten, 30% vom Körperfett wegzudampfen. So, und das haben wir ja in der Sendung ausprobiert und das hat erstmal Schweineweh getan. Das war so, als ob dir jemand so mit ganz viel PS einen Igel in den Bauch schlägt. Und jetzt ist es so, dann hatte ich danach Muskelkater und ich glaube, es hat was gebracht sogar schon. Komm mal jetzt, ich stelle mich mal hin. Hier, pass auf. Ja, also du machst, finde ich, eine sportliche Linie. Ja? Ja, doch, also du hast schon, ich weiß nicht, ob du das, das ist auch ganz schön eng, das Helm ist ein bisschen eng. Ist eng, ja? Kann das sein? Ja, mach das mal auf, dann können wir das wirklich gut auf. Ja, mach das einmal auf, dass man, ach, das sieht schon gut aus, muss man sagen, aber du bist einfach auch ein attraktiver Typ, also deswegen, ich kann das teilweise nicht voneinander unterscheiden, weil ich dich einfach insgesamt als Gesamterscheinung finde ich dich attraktiv. Aber jetzt will ich das Entscheidende sagen, was vielleicht für die Leute ab jetzt interessant sein könnte. Und als der das alles erklärt, um das dann auch zu machen, weil es war dann auch nicht so schlimm, da bin ich fast süchtig geworden nach Schönheits-OPs. Also praktisch schon mit der Einstiegsdroge war ich schon im Universum. Ist das das Crystal Meth der Schönheitschirurgie sucht, dass man also das einmal nimmt und sofort alles will, die ganzen Tag. Und was ich jetzt schon schlauerweise gemacht habe, weil wir hatten jetzt gestern die letzte Aufzeichnung Late Night Berlin und dann sieht man auch viele Leute aus dem Team dann erst wieder, wenn wir wieder losstarten im Januar und dann habe ich schon gesagt, Leute, ich sage jetzt schon mal Tschüss, ich werde jetzt nochmal einen richtig krassen Sport Dezember machen. Ich werde richtig pumpen, ich mache eine Diät, ich werde mich richtig aufpusten. Also wundert euch nicht, wenn ich da ganz slick zurückkomme, dass ich vorarbeite. Dass ich im Grunde jetzt, fahre ich da zum Fatemi. Ja, die denken alle, du warst dicken. Und ich bin dann trotzdem nach drei Stufen außer Atem, aber ich sehe halt nicht mehr so aus. Ja, vor allem, wir kennen ja auch Leute, ich kenne Leute, die dann auch erzählt haben, sie wären irgendwie im Urlaub gewesen oder die waren irgendwo wandern oder die machen irgendwie so Ayurveda und so. Und dann kommen die zurück und was ist passiert beim Wanderurlaub oder irgendwie bei Ayurveda-Kur? Aus irgendeinem Grund sind die Haare gesprüht wie Unkraut. Also die kamen da auf einmal aus Poren raus, wo also längst vor zehn Jahren teilweise schon die Haare wieder ausgefallen sind. Das ist der Yogi-Tee. Das ist wirklich, das sagt man dem so nach. Ja, aber da sind wirklich Leute, die sagen, du, also ich mache jetzt dieses Jahr zu einer ganz ungewöhnlichen Zeit mal Urlaub und dann bin ich mal weg. Du, ich will da auch gar nichts hören von niemandem, ich will da auch nichts sehen. Du, da muss ich mir wirklich nur für mich sein. Und zwei Wochen später kommen die wieder und wirklich, da ist ein Garten Eden auf der Platte. Ganz toll. Und das ist, finde ich, also jetzt, also du hast gesagt, du würdest dir dein Fett... Ich bin ja noch nicht fertig. Ich bin ja noch nicht fertig. Achso. So, Frau Nielsen, was denn noch? Nein, also es ist, ich habe wirklich auch schon, was ich geil fände, ist, wenn meine müden Augen da, wenn da diese Tränensäcke da... Soll ich direkt mal mit dem Eddings anzeigen? Nö, das kann ich mir auch denken. So, die können ja so weg, aber da hat man halt immer Gefahr, dass man so ein bisschen, also dass das halt am Ende schlimmer aussieht als vorher. Und man könnte mir natürlich, weil ihr immer sagt so, ich habe, ich gucke immer gleich so, dass man vielleicht hier... Lächeln! Könnte man mir so ein Lächeln da so hochtackern. Ja, das ist gut. Wenn man das so... Da würdet ihr aber gucken, wenn ich aus dem Weihnachtsurlaub komme und würde nur noch lachen. Und ich fände es auch, wenn du ein bisschen geile Kusslippen kriegst auch, ein bisschen mehr so geile Kusslippen. Aber jetzt mal ernsthaft, ich habe so, ich habe ein anderes Problem. Wegen dem schlechten Ruf der Schönheitschirurgie habe ich gesundheitliche Beeinträchtigungen. Äh, warum? Folgendes. Ich habe, mir wurde beim Handballspiel früher öfter die Nase gebrochen. Echt? Und deswegen kriege ich auf der einen Seite überhaupt keine Luft. Das hört man auch, dass ich so ein bisschen nach Saar rede, ne? Stimmt. So, ich höre, also da geht gar keine Luft durch, auf der einen Seite. Das ist aber gefährlich, Schmidt. Auch für deine Belüftung von deinem Gehirn. Du bist blöd, ne, davon. Ja, ja. So, und dann müsste ich das jetzt eigentlich operieren. Aber es würde mir niemand, nachdem der Wendler mir das versaut hat, der hat nämlich auch seine Nasen-OP gemacht und hat gesagt, weil er da so schlecht Luft kriegt. Das würde mir keiner glauben, dass ich das wirklich aus gesundheitlichen Gründen... Weil ihr einen gemeinsamen Freundeskreis habt. Nein, weil der hat die Ausrednis bekannt für sowas. Also keiner macht eine Schönheits-OP an der Nase aus gesundheitlichen Gründen. Also doch, doch, doch. Das machen schon viele Leute. Und es soll halt Arsch weh tun und so. Genau, es tut weh und du siehst natürlich aus wie irgendwie so eine... Wie Karl Arschloch, ey. Wie Karl Arschloch. Wie noch eine Tete, die abgebrochenen Dinge da. Nee, aber danach siehst du gut aus. Also ich würde schon sagen, wann im Jahr macht man das und damit offen umzugehen... Ja, jetzt wäre eine gute Zeit. Schönheits-Operation-Zeit, weil wir können eh alle nicht in Urlaub. Jetzt ist die Zeit, wo man sich mal ins Krankenhaus, in die Privatklinik einbucht und mal einmal den TÜV erneuern lässt. Einmal hier schön den Lack nochmal frisch auf. Ja, also ich kann... Ich hab nichts dagegen. Was würdest du machen? Nein, also ich würde mir... Also weil es ist einfach super. Ich würde mir mit diesem Brutzler da von Wiesenhof würde ich den Bauch nochmal 30% runterdünnern. Du musst aufpassen mit dem Brutzler, weil... Guck mal, Schmidt und ich, wir haben ja so eine typisch deutsche Alkoholikerfigur, ne? Wir haben dünne Beine und einen dicken Bauch. Ja. Und so einen Hängerarsch, ne? So diese Opas, die man irgendwie vom Mofa geholt hat, ne? Aber da müssen wir einfach nur mal ins Fitnessstudio, das hab ich auch eingesehen. Ja, das müsste er ja auch, aber darüber reden wir nur nicht, dass man am besten Sport macht, wie halt ganz normal ist. Ja, das ist ja langweilig. Ja, es geht ja jetzt darum, wie man diesen Teil überspringen kann und trotzdem toll aussieht. Einfach mit ein bisschen Knete danach helfen. Und du musst aber aufpassen, weil du ja natürlich, das passt ja alles zu dir, du hast halt insgesamt, du bist im Maßstab überall ein klein bisschen größer als wir. Verstehst du? Ja. Wir haben wirklich, wir sehen aus wie ein Kastanienmännchen, ja? In der Mitte ist rund und überall so kleine Stöcker dran. Und bei dir ist es ja so, du hast ja insgesamt praktisch ein bisschen mehr Volumen. Das heißt, wenn du dir jetzt nur den Bauch wegmachst, dann siehst du es völlig kurios aus. Ich weiß nicht, also ich würde es darauf ankommen lassen. Ich würde halt erstmal anfangen beim Bauch. Also den brate ich erstmal runter. Oberkörper, Bauch würde ich runterbraten. Aber das sieht doch aus wie eine Comicfigur, wenn du dir nur den Bauch wegmachst. Wie Helmut Kohl umgekehrt siehst du denn aus. Ich würde es wirklich austesten. Ich will, der Dr. Fatemi soll mir den Bauch wegbraten, weil das tut natürlich auch weh. Das darf man nicht vergessen. Und das ist kein Pappenstiel. Muss man auch nochmal ernst sagen. Aber es ist ja auch so, Sport selber tut auch weh. Also was ist alles scheiß an Sport? Es kostet Zeit. Es macht keinen Spaß. Es ist super langweilig. Sport mega langweilig. Man wird angeglotzt von anderen. Man muss schwitzen. Man ist außer Atem. Hat danach Muskelkater und Hunger auf Nudeln mit Pesto. Alles scheiße. Plus ein Pferd. Ja, man hat ein Pferd an der Bank, wenn man Sport macht. Ja, in unserem Fall. In unserem Fall. Aber deswegen, ich glaube, also den Bauch lasse ich mir wegbraten. Ja. Dann, was ich interessant fand bei Jenke ist, dass er diese, das hat er gesagt, Jawline. Das war mir auch völlig neu. Da macht man irgendwie so ein gerades Kinn oder so. Also man macht hier so diese, die Linie von den Ohrläppchen bis zur Mitte des Kinds, die Peripherie vom Gesicht. Das wird irgendwie so gerade aufgegradet. Ja, dass das symmetrisch ist und dass man da nicht hängendes Bindegewebe drunter hat. Das ist dann dieser berühmte Hühnerhals, den man irgendwann kriegt. Es gibt ja so bestimmte Sachen, deswegen würde ich vielleicht sogar noch so ein bisschen meinen Anblick ertragen. So vielleicht so zehn Jahre oder sowas. Dass ich, man muss ja früh anfangen, damit das nicht so auffällt, dass man praktisch schon so rein altert in die Hässlichkeit. Und dann auf einmal ist wieder geil, so wie das jetzt bei Jenke war. Sondern eigentlich muss man früh anfangen, dass die Leute denken, man ist gar nicht erst alt geworden. Das ist der Trick. Das ist wirklich der Trick. Zum Beispiel auch bei den Haaren ist es der Trick. Das hat meine Frisur auch gesagt, wenn man die Haare nochmal so aufpuffen will, dann lieber früher anfangen. Dass man noch sagen kann, nee, ich hab irgendwie, das war viel Licht und... Werbung. Leute, Weihnachtszeit ist Gutscheinzeit. Das wisst ihr. Es gibt viele uneingelöste Gutscheine, die irgendwo noch in den Schubladen unserer Eltern vergammeln. Für einmal Zimmer aufräumen, für einmal ganz lieb sein. Einmal abwaschen. Geschirr abwaschen. Geschirr abwaschen, beim Frühstückstisch decken. All so Sachen, die dann doch nicht gezogen wurden und man heimlich irgendwie froh war. Aber was sollen sie sagen, wenn man sich da mit zwei, drei Buntstiften hinsetzt und macht einen schönen Gutschein, da können sie es ja nicht ablehnen. Und ganz ehrlich, dieses Gutschein-Business, das Herzliche an einem selbst gebastelten Gutschein, kann man eigentlich nur noch toppen, indem man auch noch etwas sehr, sehr Gutes... Was Geiles. Was Geiles draufschreibt, was man dann auch wirklich mal nimmt und was vor allem teuer ist. Was man sich sonst nicht kaufen würde, so meine ich es. Was vor allem teuer ist. Ja, nein. Na, weil es einfach wertvoll ist. Was wertvoll ist, das ist besser, das klingt weihandlicher. Wertvoll, ne? Mit Liebe. Mit Werten. Einfach ein Gutschein für was, wo man die Liebe richtig rausfühlt. Genau, die Freude. Weil es so wertvoll ist. Die Freude, die Fahrfreude, ne? Porsche Drive Rental zum Beispiel, da kann man auch einen Gutschein verschenken. Da kann man sich ein Porsche, irgendein Modell kann man sich mieten, ab drei Stunden bis zu 28 Tage Mietdauer. Und das macht total Spaß. Der Traum, Porsche zu fahren, wird Realität, zumindest für einen kurzen Moment, wenn man das verschenkt oder geschenkt bekommt. www.porsche.de slash drive. Da gibt es alles. Wenn man sagt, ja, schon nicht schlecht, aber so einfach auf der Straße rumfahren, finde ich gar nicht so interessant. Es gibt zwei Standorte, Hockenheimring und Leipzig. Da können einzigartige Porsche-Fahrprogramme gebucht werden. Und das geht auch mit einem Gutschein, den ihr verschenken könnt. Porsche Experience Center. Und ja, das macht total Spaß. Also da kann man tatsächlich mal gucken. Das geht unter www.porsche-experiencecenter-hockenheimring.de oder porsche-leipzig.com. Da könnt ihr mal schauen, wie funktioniert das, wie geht das. Und es sind einzigartige Erlebnisse. Und ich schwöre euch, das sind Gutscheine, die vergammeln nicht irgendwie in der Kommode im Flur. Genau, also wenn ihr Leute in der Familie habt, im Freundeskreis, die einfach Autofans sind, von denen ihr wisst, die lieben Autos und die haben da eine riesen Passion für. Ich glaube, das ist das richtige Geschenk. Alle Infos in den Shownotes. Möp, möp. Werbung in die. Und trotzdem glaube ich ja, bestimmte Sachen, die mich dann stören, die kann man erst wegmachen, wenn sie da sind. Also wenn ich jetzt sage, einen Hühnerhals oder hier diese Bingo-Wings, ne? Da unten am Arm, was so mitfingt, ne? Das kommt daher, dass wenn ältere Frauen oder Männer Bingo spielen und dann schreien Bingo und reißen den Arm hoch, dann wackelt so noch so ein bisschen was nach, ne? So neben der Achsel. Und das sind die sogenannten Bingo-Wings. Und die haben Männer dann ja auch irgendwann, und ihr kennt ja das wie so 60-jährige Braungebrannte, die in so einem Muskelshirt und so einer Badehose mit Schlappen an über den Campingplatz laufen. Ihr wisst ja, wie die aussehen. So ein bisschen hochgewachsene. Gigolo. So Gigolos, aber auch so deutsch, weißt du, die so ein bisschen aussehen so wie Carlo Trenat und denen hängt dann so ein bisschen so die sonnengegerbte Fleisch so links und rechts von der Schulter runter. Zwar dünn irgendwie, aber man hat das Gefühl, es wird in die Haut noch wesentlich mehr Mensch reinpassen. Wie so eine zerlassene Butter. Ja, genau. Und das würde ich dann ja wegmachen wollen. Das ist ja jetzt noch nicht da. Also das wäre mein Hauptproblem. Und ansonsten würde ich mir auch so ein bisschen das ein oder andere Bier aus dem Gesicht schneiden lassen, was ich da mal vorher mal reingeschüttet habe in den letzten 20 Jahren. Und natürlich jetzt als neuer Nichtraucher, ich möchte natürlich jetzt noch mir das letzte bisschen Zigarette von der Epidermis kratzen lassen. Ah, ja sehr gut. Epidermis, ja, also die Oberschicht. Und da habe ich so den Eindruck, sieht es noch ein bisschen nach Zigarettenfilter aus. Das hat ja so ein bisschen diese Struktur und auch so ein bisschen die Farbe. Und das soll noch weg. Ah ja. Ja, weißt du, dass ich da drunter, habe ich so den Eindruck, sieht man so ein bisschen geil rosa noch aus. Das ist ja nicht zu sehen bei mir. Komm, also wir lassen alle mal nichts machen. Nee, Moment mal, weil ich würde noch die Schlupflieder. Wir sind so kurz davor, dass das uns gesellschaftlich legitimiert wird. Jetzt kannst du doch nicht wieder die Tür zu knallen, die ich hier langsam aufschiebe. Genau, weil die Leute, wenn wir es jetzt erklärt haben, nein, Schmidi, ich will auch noch, jetzt kommt es nämlich Muskeln. Ich will noch Muskeln. Also Muskeln wird schwer. In der Comedy ist es einfach super wichtig inzwischen, dass man nicht nur geile Witze hat, sondern du musst einfach auch geil aussehen. Seit wann ist das denn so? Das ist so wichtig, dass du, während du die Upjokes eigentlich noch Sit-Ups machen kannst. Wer denn? Und es ist so wichtig, dass man jederzeit, wenn du dich ans Klavier setzt, ist es nur eine halbste gute Nummer, wenn du nicht oberkörperfrei bist. Und das will ich alles auch bei Late Night Berlin, alles liefern. Ich möchte es auch unseren Zuschauern, wir sind verpflichtet, dass wenn ich das Glücksbechelied mache dann am Klavier, dann will ich natürlich auch oberkörperfrei da sitzen. Und was brauche ich dafür? Muskeln. Ich besitze keine Muskeln. Muskeln sind viel Arbeit. Habe ich nie investiert in das Thema Muskeln. Und deswegen, also ich könnte mir gut vorstellen, dass der Fatemi, der so ein paar Betonblöcke mir noch so erstmal im Bizeps reinschiebt, Oberkörper ein bisschen. Es gab doch mal tatsächlich, das war eine meiner Lieblingsgeschichten, da gab es eine brasilianische Schönheitschirurgin oder Ärztin oder was und die war spezialisiert auf Booties. Also die hat so richtige Twerkisten, hat die praktisch gemacht oder modelliert und ich weiß nicht, was man da normalerweise reinmacht. Es gibt ja auch tatsächlich Implantate für den Popo, das vergisst man immer, aber es gibt auch Leute, die machen sich so einen richtig schönen runden Pöter. Und wenn du da jetzt nicht genug Silikon oder was auch immer man da reinmacht, hat, dann wird man natürlich kreativ und überlegt sich, was könnte ich denn noch da reinmachen, was man a schön formen kann, was ein Werkstoff ist. Was ein Werkstoff ist, ihr lacht jetzt, aber wisst ihr, was die da reingetan hat? Tatsächlich, was die Leutin in den Popo, nicht nur da reingespritzt hat, eine Ärztin und sich dann gewundert hat, dass das mit der Gesundheit sich gar nicht so gut verträgt, Beton. Ja, ist Wahnsinn. Die hat Beton den Leuten in den Popo, Beton, daraus macht man Straßen und Häuser. Oder Pömpel. Zum Beispiel, und das hat die da reingemacht und dann sind auch diese gutgläubigen Kunden oder Kundinnen, die dann gesagt haben, also nachdem sie mir den Beton in den Popo reingespritzt hat, habe ich irgendwie ein ganz schreckliches Körpergefühl gehabt und da sind dann auch Leute wirklich dran gestorben. Also wahrscheinlich eine extrem flotte Sehbestattung. So ein Mafia-Tod. Das ist für euch die Beton-Erschen. Eine extrem flotte Sehbestattung. Also ich muss sagen, genau, also nochmal Fazit, das ist schon ein spannendes Thema für dieses ganze. Ist schon interessant. Ey Schmid, überlege bitte, es sind vier Sitzungen an 30 Minuten. 30 Prozent weniger Wampe. Mir kam das komisch vor, von eurem Fettweg-Ding da, als ich das Display gesehen habe. Wir waren wie so in der Steinzeit bei Computerspielen, so die Regler so hoch schiebt. Also das, ich weiß es nicht. Das muss benutzerfreundlich sein. Hä, Schmid, das war... Das sah aus wie eine App, aber... Das kostet mehr als ein Lamborghini. Ja, aber das heißt doch nichts. Und ich spüre ja heute Muskelkater. Ich erkläre euch mal was, habe ich gerade gelesen. Bei Amazon hat jemand einen Geschäftszweig entdeckt, den ich eigentlich ganz sympathisch finde. Und zwar hat er sich diese ganzen, diese Querdenker zur Brust genommen. Die haben ja so wahnsinnig Angst vor 5G, vor dem neuen Netz. Ja, da habe ich auch Angst. Und was der gemacht hat, der hat, der bietet jetzt bei Amazon ein, 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 wie so ein Bunker an, den man über den Router stülpt. Oh, sehr gut. Und dadurch werden die 5G... Rausgefiltert. Wird rausgefiltert. Ja, toll. Das wird gekauft für Holle, aber es wird sich auch beschwert, dass das WLAN ein bisschen beeinträchtigt ist. Ah ja, okay. Und das finde ich so eine, das finde ich irgendwie so eine... Sehr gut. Aber das ist doch interessant, früher, könnt ihr euch noch daran erinnern, es gab Demonstrationen gegen ISDN. Ja? Ja, na sicher. Da sind die Leute auf die Straße gegangen, die haben gesagt, gegen ISDN wurde... Die Älteren werden sich vielleicht erinnern. Wo habe ich das denn gehört? Bist du sicher, dass du ISDN meinst? Hundertprozentig. Weißt du, wer gegen ISDN demonstriert hat? Ja. Kannst du dich vielleicht mal melden und uns erklären, warum du das gemacht hast? Jörg Thaddeus. Jörg Thaddeus hat gegen ISDN demonstriert. Bist du jetzt ganz sicher in der Behauptung? Ja, der hat das zumindest erzählt. Also, wenn er nicht gelogen hat, dann hat das stattgefunden, ja. Genau, weil auch da, weil es da hieß, irgendwie, da wird einfach zu viel Preis gegeben und so weiter. Und da müssen wir jetzt vorsichtig sein, was der Staat uns da dann... Bei ISDN war doch einfach nur, dass man mehrere Rufnummern zu Hause haben kann. Ja, denkt man. Denkt man. So haben sie es uns verkauft. Okay. Aber letztendlich... Ja, und so. Also, die haben jetzt da so einen Metalleimer. Was ist denn das, also vom Werkstoff her? Das ist einfach wie ein Plexiglas. So sieht es aus. Ich habe das Bild nur gesehen und das sieht aus wie einfach so ein Plexiglas drüber gestürzt. Das ist eine richtige Idiotenfalle, ne? Ja, so. Sieht aus wie ein Aquarium quasi. Richtige Idiotenfalle. Totaler Schildbürgertrick eigentlich. Das ist doch ein klassischer Schildbürgertrick der Moderne, oder? 89 Pfund. Soll ich euch sagen, was übrigens der letzte Schildbürgertrick war, auf die wir alle reingefallen sind? Nee. Telefone aus Glas. Wir haben Telefone aus Glas. Stimmt. Das ist ein Schildbürgertrick. Wir wurden also so sehr an der Nase rumgeführt, wurde der moderne Mensch eigentlich nie. Mit Telefonen aus Glas, die teilweise hinten und vorne aus Glas waren. Und dann haben wir uns gewundert, dass sie kaputt gehen, wenn sie runterfallen. Klassiker, ich habe gerade dieses Foto geguckt von diesem WiFi-Bunker und dann habe ich aufgeguckt und jetzt sind wir beim Thema Telefone aus Glas. Wie kam es dazu? Wir springen zu sehr. Nein, gar nicht. Wir waren doch gerade noch bei den Schönheits-OPs. Nein, es gibt eine sehr gute Verbindung dazu und die Zuhörer, die werden jetzt sagen, gehen, gehen, gehen. Erklär es dem, Schmidt. Es ist ebenso wie diese Idiotenfalle da, ist das ein Schildbürgertrick. So werden Leute praktisch in ihren blöden Ängsten gepackt und das wiederum daraus wird dann etwas gemacht, wo die Leute reihenweise reingelegt werden. So ähnlich wie in der Erzählung der Schildbürger. Dass man also praktisch was aufmacht, was nicht da ist, um dann einen Vorteil daraus zu haben für einige wenige. Ja, aber hatte jemand Angst vor einem Glashandy? Nein, keiner. Aber das ist das Dümmste, dass dir die moderne Welt erzählt, du brauchst jetzt ein Handy aus Glas, dann kauft man sich das, dann fällt es einmal runter und dann guckt man sich das an und denkt, Mensch, kaputt. Ja, und dann kostet es 1000 Euro. Also wenn das kein Schildbürgertrick ist. Ja, ich sag mal, den Verdacht habe ich auch bei eurer Fettweckmaschine. Wie? Da hängt man ein großes Preisschild dran, sehr, sehr teuer. Dann gibt es so eine Fantasiedisplay, wo da irgendwie... Jetzt reicht's, Schmidt. Wie bei Dr. No. Nein, stopp. Du Zipzige. Also wie du hier über unseren lieben Freund Dr. Fatemi sprichst, Schmidt, ist wirklich rechtlich schwierig. Und wenn er dich nicht verklagt, verklag ich dich. Ich sag ja nur, das kam mir ein bisschen so vor. Und du forderst mich heraus, diese ganze Behandlung zu machen, um dir dein dummes Grinsen aus dem Maul zu schlagen. Herr Doktor, das ist eigentlich ein gutes Setup, weißt du? So, dass jetzt Herr Fatemi sagt, oh, den Jakob unterstütze ich jetzt. Ich werde es wie so sein Frankenstein. Und der darf alles an mir so anders zusammennähen, wie er es halt schön findet. Und dann glotzen mich blöd, Schmidt. Dann glotze ich blöd. Dann glotze ich aber auch blöd. Herr Fatemi, Sie können ruhig auch gerne mal mein Auge an den Hinterkopf oder so. Also, worauf Sie so Bock haben, nähen Sie mal einfach irgendwas an mir rum. Wir haben ja wirklich mal da in seiner Klinik da Zirkeltraining gemacht. Ja. Und ich habe gestern gefragt. Du und Joko. Ja, genau. Ich habe gestern so eine Art Witz gemacht im Vorgespräch. Da habe ich einfach nur einen Scherz machen wollen. Ich habe nur zu dem Dr. Fatemi gesagt, wenn ich Sie später vorstelle, ist das in Ordnung, wenn ich sage, dass Sie sehr unseriös sind? Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, nein, das ist nicht okay. Ja, wunderschön. Ja, ach was. Wollte ich ja auch nicht sagen. War ja nur ein Witz. Aber ich dachte, ich frage ihn mal. Ja. So, weil es witzig ist, sowas zu fragen, ja. So off-camera, privat, um so ein bisschen zu bonden. Ja. Hat geklappt. Hat geklappt. Nur anders, als ich dachte. Und ich habe eine kleine Sache, die ich noch kurz sagen wollte. Ich habe was gehört, was man nicht sagen soll. Darf ich das sagen? Also kann ich, so ähnlich wie in der letzten Woche, so eine Sache, die viele Menschen sagen, wo ich sagen, bitte drüber nachdenken. Und ich verstehe auch gar nicht, warum die das sagen, ehrlich gesagt. Es gibt manchmal Leute, die jetzt nicht ganz normal guten Tag sagen oder hallo oder wie geht's, sondern die das Ganze wieder in so einer Art Dialekt machen, um klarzumachen, hier herrscht lockere Stimmung und wir sind irgendwie kumpelig miteinander und wir sind irgendwie jetzt nicht befreundet in dem Sinne. Aber hier ist so ein bisschen, das ist eine etwas persönlichere Begrüßung, als man jetzt in der Sparkasse sie hätte beim Berater. Ja, und das geht so, man kommt irgendwo rein und dann sagt derjenige, völlig unabhängig davon in der Region, wo man wohnt oder so, hier in Berlin zum Beispiel ist das also untypisch, aber man kommt rein und derjenige sagt, Morge. Ja, gute Morge. Habe ich auch schon gesagt, gute Morge. Morge. Boah, das ist so eklig. Das ist widerwärtig. Das ist widerwärtig. Warum machen Menschen sowas? Das weiß ich nicht und es fällt mir sogar richtig schwer. Ich merke auch, wie hier die Stimmung runtergeht, wenn ich das dann so mache. Aber ganz ehrlich, don't judge me. Ich bin hier nur der Botschafter. Und soll man das dann so Larry David mäßig ansprechen, dass einen das stört und dass es nicht in Ordnung ist? Das ist kein Fall. Du merkst ja, was für eine Stimmung ist, wenn ich das hier anspreche. Wenn ich sage, Morge, Jakob, Morge, hallo Tommy, Morge. Das ist richtig ekelhaft. Morge, wie geht's? Kommt das so von Martin Schneider noch? Nee, eben nicht. Das habe ich nämlich auch überlegt, weil wenn man das nachmacht, dann klingt das direkt so, Morge, schöne Sonntag. Das meine ich aber nicht. Weil bei dem, da ist das ja so übertrieben comedy-mäßig und auch ganz klar so einer Figur da auf so einer Bühne zugeordnet, das finde ich alles nicht so schlimm. Da kann man witzig finden oder auch nicht. Und ganz ehrlich, wenn Martin Schneider da sein riesengroßes Maul aufreißt, dann muss ich manchmal sogar lachen. Also, weil ich den so kurios irgendwie finde. Aber wenn einer so ganz normal, ohne auch selber zu merken, dass das jetzt irgendwie speziell ist, zu sagen, Morge, was kann ich für dich tun? Morge. Soll man da auch hingehen und sagen, ja auch Morge oder wie oder was passiert dann? Ignorieren, einfach wegignorieren. Ja, aber man kann doch nicht einfach immer alles wegignorieren. Man muss doch auch bei bestimmten Sachen sagen, klar haben wir größere Probleme in diesem Land. Genau, es ist schon Zivilcourage, dass man da einschreiten muss. Ja. Und sagt, stopp. Auch wenn andere Leute sich so begrüßen, dass man hingeht und sagt, ich kenne sie jetzt beide nicht, aber das hört auf. Ja, hört auf. Ja, das hört auf. Kann man nicht mal einmal guten Tag sagen, ganz normal? Ja, wie würdest du denn gern begrüßt werden? Guten Tag. Weil ich finde, es ist ja auch so, du verunsicherst mich ja mit, wenn du dich hier im Podcast als sehr rigoros mit solchen Sachen herausstellst. Und da habe ich ja teilweise schon Angst, dich morgens zu begrüßen. Weißt du, was ich schön finde? Ich sage zum Beispiel immer gern zu dir, Gumo, das macht Spaß. Oder ich sage gern, wie die Jennifer weiß, Moini, Klaas, Moini. Ja, Moini sagst du ja natürlich in so einer ironischen Distanz. Und Gumo ist so ein Gegenwartswort, das wird ja in einem halben Jahr wieder weg sein. Das ist so ein Internetwort, das kommt mal kurz und dann ist das wieder weg. Und das finden alle dann irgendwie kurz. Das ist wie Gali Grü und so, weißt du? Das ist dann irgendwann auch wieder weg. Das ist egal. Es geht ja um die Sachen, die Bestand haben. Und was ich zum Beispiel schön finde, ist diese niedliche, kleine, süße, leichte Begrüßung aus Skandinavien. Und da gibt es so ein Hi-Hi. Das hast du aber zu uns noch nie gesagt. Doch. Wem ist das denn vorbehalten? Nö, ich sage das auch zu euch schon. Schwerdi, hattest du dir das schon gesagt? Niemals. Das ist eine glatte Lüge. Niemals. Oder Hey-Hey. Hey-Hey. Hi-Hi. Das ist süß. Oder? Wenn man sagt Hi-Hi. Also die sagen es halt zweimal. Und das finde ich irgendwie süß und das hat sowas. Ist nett, ja. Ja. Es gibt so bestimmte Wörter, die sind so gerade in den Benelux-Ländern oder auch aus Skandinavien, die sind so verwandt mit unseren Worten und irgendwie sind die dadurch so niedlich. Ja. Das berühmte Wort Knuffelkontakt. Was ist das? Naja, wenn man sich jemanden aussucht, mit dem man jetzt trotz Corona-Pandemie dann doch Kontakt hat. Das ist der Knuffelkontakt? Knuffelkontakt. Das ist so süß. Das ist schön. Und da gibt es so bestimmte Wörter. Ich finde, da kann man gucken. Also wenn man jetzt sagt, guten Tag, ist mir zu langweilig, klingt mir zu sehr nach 1950, dann sagt man einfach Hi-Hi. Und das finde ich, ist doch süß. Ja, ist süß, ja. So möchte ich gerne begrüßt werden mit Hi-Hi. Es gibt eine neue App, die wir euch gerne ans Herz legen wollen. Und es ist die erste personalisierbare Musik-Streaming-App. Die App nennt sich Mood Agent. Die einfach einem dabei hilft, neue Musik zu entdecken, weil das ist ja eigentlich auch schön. Wenn man jetzt so weiß, was man gerne hört, dann hört man sich das eben an, Songs, die man kennt, so Klassiker. Und auf Grundlage eben von dem, was man bereits gut findet, kann diese App herausfinden durch eine ganz spezielle, individualisierte Technologie, was man so grundsätzlich für Musik vielleicht gut findet, die man noch gar nicht kennt. Also was für Künstler, was für Musikrichtung, welche Art, welche Stimmung. Und diese Playlist, die heißen da Mood Agents. Und da kann man praktisch so beim ersten Anmelden mal so ein bisschen eingeben, was man gut findet. Und dann wird das tatsächlich ziemlich passgenau auf einen abgestimmt. Und da kann man für jeden Moment, ja, auch die perfekte Musik finden, so zur eigenen Laune. Da gibt es so eine Art Mutregler, also sinnlich, verliebt, fröhlich, wütend oder Tempo oder sonst was. Und die Playlist, die passt sich dann automatisch an. Das ist eigentlich schön, weil man nicht immer so rätselnd davorsteht und sagt, was will ich jetzt hören. Und dann hört man eh was, was man schon kennt, sondern man will sich auch mal ein bisschen überraschen lassen. Das geht da. Das ist geil, wenn man sonntags merkt, so auch im Verlauf des Tages wird die Stimmung persönlich ein bisschen schlechter. Dann macht man diesen Mutregler einfach Richtung Wut und dann wird die Musik, passt sich darauf an. Naja, oder genau im Gegenteil. Gute Laune. Man muss sich ja nicht noch selber da in den Abgrund stürzen, sondern man kann ja auch von einer schönen Musik vielleicht aufgefangen werden, dass man eben nicht in diese schlechte Laune kippt. Schmidt, so geht das nämlich auch. Das ist auch für dich ist das lebensphilosophisch gar nicht so ein schlechter Tipp. Das geht nämlich nicht nur mit Musik. Bisschen mehr bei Lando und weniger Job Sui. So, das ist doch ein schöner, ein schöner abschließender Satz. Also Mutagent, alle Infos, die ihr dazu braucht, wo ihr das findet, wie das genau nochmal heißt, wie man das schreibt, all diese Infos, die wichtig sind für euch, in den Shownotes. Wenn man die App jetzt downloadet, kann man bis zu 45 Tagen kostenlos hören, danach 9,99 Euro im Monat, absolut werbefrei. Was muss man mit der App machen? Downloaden. Werbung Ende. Wir waren ja eben in der Welt der Schönheitsoperationen und das ist eigentlich schon Yesterdays Paper. Es ist schon längst überholt. In der letzten Woche gab es die Meldung, israelische Forscher haben herausgefunden, dass wenn man, ich sage, ich tue jetzt so, als ob ich es nur vereinfache, aber so ist es auch nur, wie ich es verstehe und mir fehlen auch die Fachbegriffe. Aber ich werde es jetzt mal vereinfacht ausdrücken, dass dieses kleine Schwänzchen, was an den Chromosomen dran ist, das wird mit Sauerstoff beschossen und dadurch wird aufgehalten, dass das schrumpft. Normalerweise schrumpft dieses Schwänzchen, aber das ist ein Teil des Alterungsprozesses von jedem Menschen. Und wenn man das mit ganz viel Sauerstoff beschießt, so wie die das in Israel offenbar können, dann wird das jetzt in diesen Laborversuchen wieder länger. Das heißt also, das ist die Eintrittskarte nicht mehr zu altern oder sogar eben den Körper jünger zu machen. Den ganzen Körper jünger zu machen. Das ist der Stand der Forschung. Das heißt also, jetzt in Schönheits-OPs noch zu investieren, ist völlig falsch, sondern man kann sich jetzt praktisch durch diesen Sauerstoff verjüngen. Moment mal, also, ab welchem Zeitpunkt, also kann man das am lebenden Menschen, kann man dieses Schwänzchen wieder dranschießen? Nein, also der ist da, der Schwanz, und der wird verlängert. Wie bei Ernesto Monte? In etwa so, aber es ist eher so praktisch, ja, wie eine Erektion, also der wird dann so angeregt, dass der sich wieder verlängert. Und dadurch werden wir alle wieder jünger. Und jetzt habe ich aber große Angst. Also Schmidt ist schon bei diesem Gerät sehr skeptisch gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ob du mit dieser dann doch sehr rudimentären Beschreibung des medizinischen Vorgangs jetzt hier ihn abholst. Man wird jünger. Das Schwänzchen wird länger durch Sauerstoffanschuss. Ja, so ist es. Nun. Und das Problem ist jetzt aber, wo ich richtige Angst vor habe, ist, dass wir die angefickte Generation sind, die das jetzt so mal als Zukunftstechnologie gehört hat. Und nicht die geilen Fucker, die dann einfach das so ganz normal an der Aral nochmal neben einem Bounty und volltanken sich eben kurz die Dinger da beschießen lassen und Forever 25 sind. Wir sind die Bubble Boys der Generation Unendliches Leben. Wie schlimm ist das denn? Exakt. Und darauf wollte ich noch sagen, wir sind die Analphabeten vorm Buchdruck. Wir sind die Trottel, bevor unsere Enkel das Rad erfunden haben. Wir haben so unseren Klumpatsch aus dem Mittelalter geschoben und gezogen, weil das Rad nicht erfunden war. Und alle Leute denken über uns, dass wir Vollidioten sind, weil es ja ein Rad gibt. Und so würde es mit uns gehen. Es ist der letzte, wenn du jetzt ein großes Pokerturnier hast, ja? Ja. Und dann wird ausgerechnet, wie viele Leute spielen mit, wie viel Geld ist im Pott. Und dann wird ausgerechnet, wer praktisch der letzte Platz ist, der noch Geld bekommt, wenn er rausfliegt. Und dann kannst du der 16. sein bei einem großen Turnier und dann kriegst du gerade noch Geld. Der, der dahinter ist, der erste, der kein Geld mehr bekommt, das ist der Bubble Boy. Und wir sind die Bubble Boys der Generation Ewiges Leben. Da hätten wir jetzt einen Titel für die Sendung, aber was für ein Scheiß. Scheiß. Aber ja, ich bin insofern jetzt nicht stinke-sauer, weil es ist jetzt nicht gesagt, dass es ab 2050 das auf jeden Fall gibt. Das kann ja auch noch tausend Jahre dauern. Ich habe so Angst, weißt du, das ist doch wieder dieses Alter, dieses too old to die young, ne? Da sind wir schon. Ja. Das ist schon passiert. Also wir können gar nicht mehr irgendwie uns schön konservieren. Das ist ja schon vorbei, weil man denkt immer so, ja, wer weiß, was da noch alles kommt und das kriegen wir noch alles mit. Und vielleicht geht das ja auch schneller als gedacht. Ja, haha, drauf geschissen. Wir haben ja gar nichts mehr davon, wenn wir in unserem jetzigen Zustand einfach bleiben können. Ich will mich doch nicht mit knapp 40, was soll man denn den alten Klapperkasten hier nochmal einfrieren hier, Thomas? Das ist doch Quatsch. Nein. Man muss sich doch mit 23 einfrieren. Und dann muss man da aus dem Block springen wie das junge Leben und sagen, wo ist der Deinhard? So stelle ich mir das vor. Nee, ich fühle mich schön mit Jade und ich möchte gerne so bleiben, wie ich bin. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo man mir diesen Sauerstoff reinschießen könnte. In den Sack schrauben willst du jetzt den Sauerstoff reinschieben? Ja. Das wird dann irgendwann wie, also wenn man jetzt in die Clubs geht, dann ist ja so eine Losung, dass man immer nach einem Longdrink trinkt man am besten noch ein Glas Wasser. Ja. So. Und immer im Wechsel, ne? Dann kommt man einigermaßen durch den Tag am nächsten Tag. Und das wird dann irgendwann so sein, ne? Schießt du dir, ich brauche nochmal hier Sauerstoff, bup, Spritze in die Nase. Schießt man sich das rein und dann ist der Körper gerade ein Glas älter geworden und wird wieder zurückgeblüht. Ja. Das habe ich doch schon mal erzählt. Ehrlich. Es gab doch mal so Oxygen-Bars. Ja. Wo man sich dann rein Sauerstoff irgendwie in die Nase machen konnte. Komisch, ne? Hat dann irgendwie Pleite gemacht. Ja, da waren die wohl noch nicht so weit. Wussten sie nicht, haben sie wahrscheinlich noch nicht gewusst, wo das Schwänzchen ist zum Hinschießen, ne? Also würdet ihr da jetzt nochmal, letzte Frage dazu. Wenn ich jetzt sage, ich gebe euch so eine Behandlung aus, würdet ihr die da machen? Ja klar. Ja. Ist ja logisch. Wenn das jetzt, also wenn Angela Merkel sagen würde, das gibt es jetzt, weil mir ist... Das ist entscheidend, oder was? Ja, natürlich. Weil mir ist das so halt, guck mal, das ist genau wie UFO-Meldung oder so. Wenn ich das nicht mitbekommen habe und du der erste Mensch bist, der mir erzählt, es gibt jetzt ewiges Leben, dann denke ich mir, das kann ja gar nicht sein. Also dass so eine sensationelle, alles verändernde Nachricht durch dich mal zufällig hier beim Podcast an mich herangetragen wird. Also dass das nicht mal so in der Zeitung steht, dass ich das heute Morgen mitbekommen hätte, ja? Man kriegt ja alles mit, was wirklich wichtig ist. Und deswegen auch diese ganzen Alien-Meldungen und sonst was, was man irgendwie so liest in der Zeitung. Wenn ich das da nicht als Top-Schlagzeile kriege und wenn jetzt nicht eine eilige Bundespressekonferenz einberufen wird, wenn jetzt nicht sofort um Viertel nach acht eine Regierungserklärung von Angela Merkel kommt und sagt, sie kommen jetzt, oder ewiges Leben jetzt doch möglich, dann glaube ich das nicht. Wenn mir das hier so ein unseriöser Schnacker, der das irgendwo im Internet gelesen hat, sagt, in Israel da irgendwo hat wohl einer ein Schwänzchen beschossen, dann denke ich mir, ja, ist richtig. Ich habe gerade nochmal geguckt, wer das gemeldet hat. Weil ich hätte jetzt so gern irgendwie so die Süddeutsche in der Maul gegeben. Die Krone-AT, ne? Ja, also rtl.de hat es gemeldet. Die machen übrigens nur Agenturticker, ne? Die haben nicht mal eine eigene Redaktion. Für immer jung, israelische Forscher kehren Altersprozess um. Wir haben jetzt das Thema Schönheit und so, das haben wir jetzt ausgiebig besprochen, ne? Ja, was ja viel wichtiger ist, sind so Sachen wie Weihnachten. Heute Morgen habe ich die Adventstürchen geöffnet. Zum Lüften. Ja, zum Lüften. Und meine Katzen haben da das erste Türchen aufgemacht. Da waren Leckerli drin, haben sie gekriegt. Und was habt ihr getan für die Weihnachtsstimmung? Ja, ich bin noch nicht in Weihnachtsstimmung. Ich habe auch meine Hecken vor der Wohnung, habe ich auch schon ausgestaffiert mit Lichtern. Da blinkt es und macht es. Das ist ja, ich glaube ja, dass, also, wie soll man das jetzt so gut sagen? Also, das Verhältnis von blinkender, bunter Weihnachtsbeleuchtung, also im Verhältnis zur Intelligenz. Das hat irgendwie, koexistieren diese beiden, also irgendwie haben diese beiden Werte miteinander zu tun. Ich habe immer das Gefühl. Ist ja heute schon Blitzeis, Klaas. Sollen wir den mal vor dich vom Glatteis da runterschieben? Also ich habe das. Ihr macht nur weiter. Ihr macht ruhig. Also Leute, die so sehr viel blinkende Weihnachtsdeko sich jetzt schon reinigen, wo man sich das Gefühl hat, da ist irgendwie ein Spielautomat explodiert irgendwo. So sieht das ja aus, wie so in der Merkur-Spiel-Lotik. Ding, dong, ding, dong, ding, dong. Und da weiß ich natürlich nicht, was hat das denn jetzt mit Weihnachten zu tun, dass da so ein Stern praktisch alle Viertelstunde einen epileptischen Anfall auslöst für Leute, die einfach nur da vorbeilaufen. Warum ist das jetzt weihnachtlich? Und wie muss man im Kopf beschaffen sein, um das nicht nervig zu finden? Weil das denke ich oft. Also das hat gar nichts so damit zu tun, wie man sonst so intelligent oder sozial auffällig ist. Das meine ich gar nicht. Sondern ich denke, man muss ja einigermaßen abgestumpft sein, wenn man auf seinem Sofa sitzt, Fernsehen guckt oder was man sonst so, ein Buch liest zu Hause. Und im Fenster blinkt es wirklich so sehr, als würden gerade 20 Alarmerlagen gleichzeitig losgegangen sein. Was hat das A mit Weihnachten zu tun, was manche Leute sich da ins Fenster hängen? Und B, wie hält man es aus und was muss im Kopf eben nicht los sein, um das nicht schlimm zu finden? Also schon in der Schöpfungsgeschichte steht, es werde Licht. Und so hat es Schmidi gemacht. Ja, der Komet da von Bethlehem, der hat auch geblinkt. Der ist bei dir in der Hecke eingeschlagen jetzt. Ihr dummen Wechser! Statt hinzulatschen und das Jesuskind zu finden. Ja. Wäre nie gefunden worden, wenn es nach dir ging. Also ich soll jetzt losgehen und da, wo die Leute diese blinkenden Weihnachtsbeleuchtungen blaue Weihnachtsketten teilweise im Balkon hängen haben. Blaue! Ja, frag doch mal, ob Jesus da ist, ob der runterkommt zum Spielen. Das Kevinkind. Da soll ich hingehen und soll einfach mal sagen, Entschuldigen Sie, klingt vielleicht merkwürdig. Ist jetzt eine ganz blöde Frage, aber ich habe das blaue Licht in Ihrem Balkon gesehen. Ist Jesus Christus hier bei Ihnen? Ja, finde ich gut. So wird Geschichte geschrieben. Und nicht von Zweiflern und Hetzern und Zynikern. Einfach mal fragen. Und dann sagt er, Dieter, ist Jesus hier? Ja. Ich weiß nicht. Also Schmidi, ich muss da für dich in die Bresche springen. Du hast mir die Fotos gezeigt und es sieht richtig schön aus. Richtig gemütlich und schön. Mein eigener Weihnachtsmarkt habe ich gesagt. Und ich weiß ganz genau, wenn Schmidi eine Folge von was geguckt hat und dann ist immer diese kurze Pause, wo dann das Schlechtgewissen reinkickt, dass man sein Leben verschwendet. Da guckt er kurz auf seine bunten Hecken und freut sich. Und dann geht es weiter. Genau so ist das. Hast du denn da auch, wenn du sagst, dein eigener Weihnachtsmarkt, hast du denn da auch so Bretter, wo du, also praktisch wie so durchgesägte Baumstämme, die dann als Bretter fungieren, wo du da mit so einem Lötkolben so was reinschreiben kannst? Kann ich da Kerzen gießen bei dir im Garten? Ja, aber wir können das Nagelspiel da machen. Wir können da so Nägel reinkloppen in so einen Baumstamm und so. Aber du sollst richtig, du musst dann alles, du musst halt... Und Lavendelsäcke hat er dann auch. Lavendelsäcke, hässliches Kunsthandwerk. Das ist ja das, was uns, klar, Glühwein, Spekulatius, Feuerzangenbohler, auch scheiße, dass das nicht gibt. Aber wo kaufen wir denn jetzt besoffen unsere Weihnachtsgeschenke? Wenn man vielleicht bei Schmidt mal vorbeigeht auf seinem persönlichen Weihnachtsmarkt. Oh ja, bitte, Schmidt, mach das. Wir brauchen halt diese ganzen Tonbecher da und mit Filz musst du was machen. Und so Trommeln aus Afrika, die sind ja dann auch immer so da. Die sind so das ganze Jahr da, aber auch auf dem Weihnachtsmarkt. Du musst halt so kleine, weißt du, so nachgebaut aus dem Erzgebirge, hier so Nussknacker und diese Dinger, die sich drehen, wenn du die Kerzen anzündest, diese Mühlen da. Oh, Dresdner Stollen, kannst du auch verkaufen, diesen Staubtrockenen, der gar nicht schmeckt. Ja. Schmidt, mach mal Weihnachtsmacht bei dir im Garten, komm. Ja, mach ich. Und da machst du auch eine echte Krippe? Ja. Mit einem Nachbarsbaby und drei Ziegen? Mhm. Cool, ey. Eine Ziege und drei Cappuccino? Ja. Und sollen Klaas und ich da auch ein Krippenspiel machen? Ja, könnt ihr machen, aber statt einem Esel kommt ja die Echse. Ja. Meine Leute, ey, da habt ihr mir echt was eingebaut. Da haben wir dir was eingebaut. Ja, und die dreihalligen Könige kommen bei dir auch übers Wasser auf dem alten Hausboot. Sehen aber genauso aus. Wie geht's denn im Fantastikus? Mit den Leuten lechzen nach Informationen, hat er sich gut eingelebt. Ja, jetzt, du, alles Bombe. Ja. Es ist ganz glücklich, die Adventszeit mit ihm zu verbringen. Ist schön, ne? Siehst du das leuchten in seinen kleinen Augen? Ja, total, total. Ernsthaft seid ihr jetzt nochmal, also ihr fandet das, also ihr habt ja damit auch die Staffel beschlossen, ne, von Late Night Berlin. Das ist korrekt. Hat man gesehen, wie drei alte Männer durch einen geschlossenen Dino-Park latschen, bei schlechten Temperaturen, in schlechtem Licht? Wie schlecht kann man das eigentlich noch reden? Man könnte auch sagen, exklusiver Zugang. Es hat immerhin nicht geregnet. Wipp-Ausflug. Wipp-Ausflug. Wir hatten ein urzeitliches Tier dabei, was majestätisch die letzten Millionen Jahre überlebt hat und natürlich sich evolutionär deswegen durchgesetzt hat, weil es besser ist als andere Lebewesen. Und Fantastiko. Genau, und Fantastiko. Aber Schmiddy, wie begeht es denn jetzt auch Fantastikus erstes Weihnachtsfest bei dir? Laber nicht. Weil ey, Schmiddy, was ich dir sagen muss, jetzt mal ganz ehrlich, von Freund zu Freund, ich weiß es nur, Weihnachten verliert natürlich an Bedeutung. Natürlich verliert es an Bedeutung. Aber, wenn der Fantastiko seine ersten Geschenke ausknabbert, dieses Glück in den Augen, in seinen kleinen, seitlich zu verschließenden Augen, die immer so aufklappen da, und wenn dann seine Zunge so einmal das Geschenk berührt, wie der da ist da aus dem Häuschen und da freust du dich einfach mit. Und dann machst du das so, du, der Fantastiko wartet dann im Flur. Da machst du die Türe zu, ne? Dann machst du die schöne Beleuchtung an einem Weihnachtsbaum. Dann Weihnachtst-CD an, ne? Dann machst du das Glöckchen. Ja. Das Glöckchen. Und dann machst du die Tür so einen Spalt, aber sagst du, Fantastiko, ich glaub, der Weihnachtsmann war da. Noch so ein paar Kekse verkrümeln, ne? Schluck Milch antrinken. Und dann läuft der Fantastiko. In drei, vier Stunden, je nach Temperatur in der Wohnung, braucht er dann nur, bis er dann den erhabenen Baum erblickt. Und dann läuft ihm schon das erste Tränchen der Rührung. Stimmt, da wird er aber eine Zunge machen. Da wird er aber eine Zunge machen. Ja, und dann esst ihr zusammen. Oh, ich bin neidig. Du musst aber, ich würde aber, ganz ehrlich, damit überhaupt noch gegessen wird, du musst unbedingt mit Fantastiko vor der Bescherung essen. Weil er sonst so aufgeregt ist. Ja, weil sonst, wenn er die Geschenke aufgerissen, dann will er überall, dass man schon die Batterien reinsteckt und so. Da hast du ihn verloren, da ist er weg. Da macht er nur noch seinen Spaß. Da spielt er mit der ferngesteuerten Auto oder mit seiner Eisenbahn oder so. Und dann kriegst du den Kartoffelsalat, den du da oder die Weihnachtsgans, die du da ewig vorbereitet hast. Auf der bleibst du dann sitzen. Also, du musst auf jeden Fall, wenn du das jetzt das erste Jahr machst, du musst Fantastiko zwingen, vorher zu essen. Ansonsten kannst du dann nämlich auch mal essen. Und hier noch ein Trick, Schwerdi, was du auch machen kannst. Fantastiko, der ist ja völlig, der hat da einen Fanta, aber ist ja völlig da durch die Decke, ne? Und dann musst du sagen, so Fantastiko, jetzt geht's aber auch mal ins Bett. Du durftest heute schon so lange aufbleiben, wie du willst, aber jetzt gehst du mal ins Bett und darfst ein Geschenk neben das Bett stellen. Und wenn du morgens wach wirst, dann wird mal nicht super RTL geguckt, sondern dann darfst du damit erstmal spielen. Muss ich auch in den Gottesdienst? Ja, das ist die Frage. Das kommt ein bisschen drauf an, ich weiß nicht, wie das ist. Er ist aus Argentinien, ich weiß nicht, was ist. Katholisch, ne? Ja, extrem katholisch. Ja, klar, natürlich. Sicher, der Papst kommt doch daher. Ja, wie hat er eigentlich das mit Maradona verkraftet? Hast du ihn gefragt? Oh Mann, ey. Leute, es ist halt so eine Sackgasse und ich verstehe den Gag und da hab ich auch mal drüber gelacht. Aber es ist jetzt auch, ich bin jetzt, das ganze Twitter ist voll mit beschissenen Memes, so. Klaas, ich bin auch dein Geschäftspartner. Ich möchte dir nochmal, da musst du nochmal die Lampe angehen in deinem Hirn. Ihr verstrickt euch da in so einen Gag, der ist ja mal gut, war aber witzig, ich hab, eure Sendung ist irgendwie gefüllt worden, so. Ja. Nur mit Fett wegschießen kann man ja jetzt auch kein Late Night beschreiten. Und da habt ihr dann das Ding gemacht. Ein bisschen Premium-Content. Da habt ihr dann nochmal richtig einen rausgehauen, so, ne? Und ist ja gut, dann sind wir da durchgelatscht, es war alles schlimm. Ich muss meinen Eltern an Weihnachten erklären, was das alles sollte, weil da haben die, die haben den Witz gar nicht so verstanden. Nee. Die lachen da gar nicht so herzlich wie ihr. Die werden den auch schnell ins Herz schließen. Nee, die haben auch gefragt, so, ja, wo ist denn, also, das war's jetzt mit der Mats? Da kommt nix mehr? Ja, klar, so ist das, ja. Ja, wer will, dass man irgendwie... Ja, die sind auch keine Fernsehprofis, deine Eltern, wie wir. So ist es, genau. Wir sind Fernsehprofis. Die gucken da mit anderen Augen drauf. Wir machen da einen großen Volkshochschulkurs, spezielle Gags heißt das, und da darf jeder teilnehmen, da können unsere ganzen Eltern, können sich da mal treffen und können die das eh mal gut, wenn die sich mal in so einen Kreis setzen wie bei Fight Club und mal ein bisschen reden über ihre gemeinsame Erfahrung. Baywatch Senior können die machen. Ja. Baywatch Senior können die sich mal austauschen. Wir könnten doch. Kann meine Mutter erzählen, was das wieder für ein Terz war, die Dominoste zu kriegen? Aber wäre das nicht toll, wenn... Alle drei Elternteile machen... Nee, also wenn tatsächlich unsere drei Mütter halt statt uns mal eine Folge Baywatch Berlin machen, wir sind gar nicht da. Oh, das wäre super. Die reden einfach miteinander und dann schmeißt ihr hier die Mikros an und los geht's. Und dann... Ich frage meine Mutter vorsichtig an Weihnachten. Achso, meine Mutter hat übrigens, ich wollte euch das noch sagen, meine Mutter, die hat die ist ein bisschen, die hat das Gefühl, die ist ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil es bei dir ja immer Nussecken gibt und auch von deiner Mutter wird viel erzählt und meine Mutter hat so ein bisschen das Gefühl, sie hat ein kleines Imageproblem hier innerhalb des Podcasts und sie hat das Gefühl, sie wird nicht so dargestellt, wie es ihr eigentlich gebührt nach 37 Jahren Klaashofer-Umlauf. Ja. Ja, weil sie sagt, das ist jetzt auch nicht einfach gewesen immer. Die hat dich am längsten an der Backe. Sie hat gestern zu mir gesagt, wenn ich gewusst hätte, wie das alles ausgeht, hätte ich mich in der Schule nicht so aufgeregt. Das ist aber ein Kompliment. Ja, weil ich wohl offenbar, kann ich mich daran erinnern, zu ihr gesagt habe, dass es wohl scheißegal sei mit der Schule. Das kann man aus heutiger Sicht so sehen, sagt sie, aber ihr fehlten die Informationen. Der Junge soll eine Ausbildung machen und man kann ja nun zu dem nicht sagen, es ist alles scheißegal. An alle jungen Eltern da draußen, ich würde da auch keine, also weil das mal klappt. Achso, jetzt keine Regel draus machen. Keine Regel draus machen. Ruhig weiter anspornen. So ist es, genau. Und das ist ja das, was sie gesagt hat. Aber deswegen hat sie jetzt so, meine Mutter hat so Röllchen, heißt das. Das ist irgendwie mit Anis, wie so kleine, das sind wie so Waffeln, die werden dann zusammengerollt und dann werden die so ganz hart. Kann man mit Schlagsahne essen. Ja, wo sind die? Ja, die sind draußen. Nein! Ja, die habe ich mitgebracht, für euch. Nein, das haben wir jetzt wirklich nicht gedacht. Von deiner Mama. Ich dachte, weil das wäre jetzt typisch für dich, dass du nur davon erzählst. Aber nee, typisch wäre, er hat sie alles selbst aufgegessen. Ey, hol die mal rein, ob es die wirklich gibt. Soll ich die holen? Ja, hol die bitte rein. Nicht essen auf dem Weg. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, Schmidli. Ja. Ey, meine Mutter, die kriegt jetzt ein Herzklapphaus zu Hause gerade, ne? Ja, da ist der Druck jetzt groß. Die hat jetzt Riesendruck. Ich möchte dir sogar sagen, das ist die einzige Mama, die noch nicht abgeliefert hat. Sag gerade, Klasse, meine Mutter sitzt jetzt zu Hause, hört das und ist völlig am Ende, weil sie jetzt auch was backen muss. Och, sieht das gut aus. Das ist ja geil. Dankeschön. Das ist ja wirklich. Oh, danke Mama Klaas. Ja, danke Mama Klaas. Klaas, das muss ich dir kurz erzählen, weil meine Mutter musste schon immer für die Schule so Kuchen backen, bevor wir es probieren. Ihr könnt da einmal reinpassen, aber fress jetzt nicht die ganze Zeit, das ist sehr laut. Pass auf, die musste immer Kuchen backen. Meine Mutter kann nicht backen und dann hat die immer, und deswegen kann ich an alle Mütter Tipps geben, die hat dann einen Pflaumenkuchen gebacken, der war dann pechschwarz. Und hat sie gesagt, ach du Scheiße, die anderen Mütter backen, also gut, der ist ja pechschwarz. Und dann, aber schlau wie sie ist, hat sie einfach Puderzucker drüber gemacht und den angeboten. Und dann kam die Evolutionsstufe, hat meine Mutter in der teuersten Konditorei den Bauernkuchen gekauft und das sind immer so rustikale Kuchen. Hat dann selber auch noch zu Hause alle Verpackungen eliminiert. Ein bisschen mit der Hand draufgehauen, dass das denn selbst gemacht aussieht. Nein, das in eine Kuchenform gelegt, auf so einem Blech. Hat dann auch Puderzucker selber und hat dann gesagt, hab ich gebacken. Ja, das würde ich exakt genau so machen. Also ich glaube, ich komme jetzt hier in den Schuss. Ja, meine Mutter, die kann auch nur das und die kann so komische Matschkekse. Jetzt machst du sie wieder schlecht. Matschkekse. Die kann nur das. Also das ist jetzt nicht das, was deine Mutter sich erwünscht hat. Das kann die aber sehr gut. Die ist wirklich sehr gut. Aber die hat gesagt, wenn ich diese Dose, ich habe so eine schöne Dose hier dabei, wenn ich die nicht wieder mit nach Hause bringe, kriege ich eins auf die Schnauze. Ja, das ist richtig. Hat sie gesagt. Und ich komme ja diese Woche noch bei dir vorbei, Klaas. Das weißt du, ne? Hat ihr wieder so? Damit meine Tupper-Sachen. Ach so, stimmt. Ach, ich soll dir noch sagen, es ist, oh Mann, wie war denn das jetzt? Es ist Wirsingkohl. Ja, liebe ich Wirsingkohl. Ja, und der wird so angebraten, dass der sogar so ein bisschen schwarz wird, weil das muss man wohl, damit der so richtig gut schmeckt. Klaas Mutter macht Kohlrouladen, hat er mir gestern erzählt. Er hat gesagt, ich möchte, dass sie mir zwei mitmacht. Und ich komme extra vorbei mit meine Tupper-Sachen. Und dann tupper ich mir die ein. Ja, kannst du ja machen. Ich soll dir nur, ich habe das erzählt gestern, dass die mehr kauft. Und dann hat sie nur gesagt, ich soll dir sagen, dass das Wirsingkohl ist. Ich weiß nicht, mir ist das egal. Ich soll dir das nur sagen. Ist das politisch ein Problem? Oder wie reagiert man auf die Information? Weiß ich doch nicht, keine Ahnung. Bin ich nicht woke, wenn ich es jetzt gerne haben möchte? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die hat das gesagt, ich soll dir das sagen. Ich habe jetzt alles gemacht, was sie gesagt hat. Ja, ist in Ordnung. Und ganz ehrlich, ich kann zu Hause mir jetzt hoffentlich mal jetzt nicht wieder irgendwas anhören. Weil ich habe jetzt diese Kiste bringe ich wieder mit. Ich habe euch diese scheiß Röllchen gegeben. Und ich habe gesagt, dass es Wirsingkohl ist. Ich habe jetzt wirklich alles von meiner To-Do-Liste erledigt, damit ich wieder geliebt werde. Und wie ist es, wenn ich klinge, da kann ich dann fragen, kann Klaas runterkommen wegen die Kuruladen, die ihn kurz bringt? Oder darf ich sie dann kurz hoch? Du darfst auch reinkommen. Ja, klar. Zieh Schuhe aus, kannst reinkommen. Ja, aber kurz nur, ne? Nur kurz. Du darfst mit der Jacke an. Und nicht nach sieben. Nicht nach sieben. Nach sieben darf man nicht. Nach sieben darf man nicht mehr anrufen. Genau, das ist wie Carlos und Fernando damals, die irgendwie zu einer, so halb in der Nacht um halb acht zu Hause standen und wollten, dass ich noch rauskomme zum Spielen, wo ich gedacht habe, die Outlaws sind wieder da. Ja. Halb acht. Hast du keine Eltern? Aber da ist mir grundsätzlich was aufgefallen. Also ist euch bewusst, dass Netflix und die ganzen Streaming-Dienste einen viel größeren Einfluss auf unser Leben haben, als man beim ersten drüber nachdenken oder als man beim ersten drüber nachdenken glaubt? Und Netflix und Co. haben, das ist meine Theorie, unseren gesamten Biorhythmus verändert. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ungefähr 25 Jahre meines Lebens war mein Leben darauf ausgerichtet, meinen ganzen Tag bis etwa 20 Uhr, 19.30 Uhr fertig zu haben. Das heißt, da musste auch der Körper befüllt sein mit Essen, damit ich um 20.15 Uhr fernsehbereit bin. Stimmt. Weil 20.15 Uhr ist die beste Fernsehzeit des Tages, egal an welchem Tag. Und mein ganzes Leben hat sich danach ausgerichtet, um 20.15 Uhr fernsehbereit auf dem Sofa zu sitzen und auch mein Magen war darauf eingestellt, dass dann in ihn Schokolade, Chips oder Haribos reingedrückt werden. Das heißt also, die Mahlzeit musste etwa 18.30 Uhr, 19 Uhr beendet sein. Die Wohnung musste aufgeräumt sein, sodass man fernsehbereit ist. Und dieses 20.15 Uhr ist ja völlig weggebrochen durch Netflix. Ja, aber auch, selbst lineares Fernsehen kann man ja pausieren mittlerweile. Eben, also. Das heißt, du frisst noch bis halb elf? Nein, mein ganzes Leben ist wie mein Körper aus den Fugen geraten. Ja. Es gibt diesen Anker nicht mehr. Ja. Es gab, es war früher so das Leben und da möchte ich Jüngere auch mal daran erinnern. Die Fernsehzeitung wurde zugestellt. Dann habe ich die aus den Händen meiner Eltern gerissen. Mit einem Kuli. Hat sie eingeschlossen irgendwo damit? Genau. Erst mal ganz in Ruhe. Dann habe ich erst mal geguckt. Ja. Und ich habe folgenden Gedanken. Das ist mir neulich wieder eingefallen. Ich habe gesagt, jetzt, Jago, jetzt mal ganz den Alltag raus. Jetzt muss ich einmal kurz konzentrieren. Weil es kann nicht sein, dass du dann in alte Fernsehzeitungstage guckst und da ist da ein Riesen-Highlight mit drei so rosanen Daumen. Ja. Und das hast du nicht aufgenommen oder geglotzt. Du warst TV-Spielfilm-Fan? Weil da waren die rosa Daumen in der TV-Spielfilm-Fan. Ja, komm, jetzt mal ganz ruhig. Konzentrier dich. Jetzt ist der Moment, wo du einfach mal, das geht jetzt zwei Wochen, wir gehen jetzt zusammen, ich und ich, diese Zeitung durch. Und dann werden alle Slots, die ich als Profi auch schon wusste, geguckt. Zum Beispiel auch montags 22 Uhr ZDF kam immer nochmal ein Hollywood-Film. Dann Montagskino war auch noch so ein Thema. Dann teilweise kam morgens um neun, wenn man in die Schule geschwänzt hat, kamen auch ganz geile Adriano Celetano-Filme auf ProSIM, die ich auch gerne aufgenommen habe, um die dann lecker später nochmal 16 Uhr nach der Schule zu gucken. So vor den Hausaufgaben kurz. Und das musste genau durchgegangen werden, alles angekreuzt. Dann gab es den schlimmen Fall, dass drei geile Sachen kamen. Und dann hatte man ein Problem, weil du kannst eins gucken. War das vor Showview? Ja, nee, aber du kannst eins gucken und eins aufnehmen. Du kannst ja nur eine Sache aufnehmen mit einer Videokassette. Also das heißt, ich konnte nur eins aufnehmen. Das heißt, das zweite musste ich gucken. War schon mal Druck. Und das dritte, das ist einem durch die Lappen gegangen. Und das war ein ganz schlimmes Gefühl. Da musste man gucken, wann ist die Wiederholung um eins. Richtig, richtig. Kommt um eins wiederholung. Da war dann noch Bonus, dass da Busenwerbung drin war. Das hat man, da war man jetzt nicht unglücklich drüber. Da hat man gesagt, oh, da ist schmuddelige Werbung. Da hat man nicht vorgespult. Das war praktisch, dass man gesagt hat, klar, morgen bin ich müde und so weiter. Es hat auch Nachteile, dass man mitten in der Nacht jetzt noch so einen Adriano Celetano-Film guckt. Aber immerhin hat man die Chance auf einen Busen. Aber das hatte auch das Problem, man hat es ja im Kinderzimmer geguckt. Und auch früher war das schon so, dass das eigentliche Fernsehprogramm leiser gepegelt war als die Werbung. Und das heißt, du hast da deinen Adriano Celetano gesehen und auf einmal haben die Busen da reingeprettert und durchs Ganze rausgeschallt. Und durch den ganzen Körper. Da musst du immer hier mit der Fernbedienung nachikulieren. Bei meinem Kumpel Ole, schöne Grüße nach Oldenburg, der hatte nämlich früher einen Fernseher als ich. Und da haben wir dann ein paar Mal geguckt und so. Und da kam ja auf Sat.1 auch das ein oder andere Mal schon irgendwie mal, ja, so ein Film dieser Art. Und das ist dann auch nicht unbemerkt geblieben von Rainer, von dem Vater. Und der kam dann öfter mal rein mit seiner unnachahmlichen Art, so ausdruckslos, norddeutsch, streng. Und er hat gesagt, guckt ihr wieder Tittenfilme, ich hau euch gleich die Sicherung raus. Das hat er ja auch gemacht. Der hat wirklich die komplette Sicherung rausgehauen. Wir konnten nicht mal mehr Licht anmachen in dem Kinderzimmer. Das war alles weg. Achso, ich dachte, das war eine Metapher für in die Schnauze. Wirklich die Sicherung. Also wirklich die echte Sicherung. Der ist runtergegangen, klick, flop. Und dann war es das mit einem Busenfilm. Hi dir, hi da. Schluss. War vorbei dann. Aber ist euch das auch so... Schöne Grüße zurück in die Lederhose. Ist euch das auch so bewusst, dass diese 20.15 Uhr Marke so aus dem Leben verschwunden ist? Ja, total. Also sowieso organisatorisch. Ich wäre jetzt, also selbst wenn es das alles nicht gäbe, würde ich halt immer die erste Stunde verpassen. Nächsten Samstag, 20.15 Uhr, das Duell um die Welt live. Nur ab 20.15 Uhr, nicht um 21 Uhr. Das stimmt, wenn man das... 20.15 Uhr. Das ist kacke. Das Gute ist ja, dass man wieder unter sozialen Druck gerät, dass wenn man Second Screen machen will. Also wenn Leute praktisch mit twittern oder irgendwie sich gemeinsam, auch jetzt nicht tatsächlich nebeneinander sitzend, irgendwie diese Sendung anschauen wollen, dann ist es natürlich doof, wenn man hinterher hängt. Weil dann kann man diesen Spaß schon mal gar nicht mehr haben. Also das sogenannte Lagerfeuer, was wir da anzünden, das ist schon noch da. Und wenn man ein bisschen später dazukommt, dann ist man eben late to the party. Und dann kriegt man nicht alles so mit, wie man es mitkriegen könnte, weil man auch immer so noch mitlesen kann, wie finden die anderen das denn. Das ist ja ein großer Spaß am Fernsehen, dass man bestimmte Sachen zusammen erlebt. Das ist, finde ich, auch die letzte Ausfahrt. Also ich finde, bei Amazon, bei Netflix, da kann laufen, was will. Das kann noch so hochklassig sein oder schrottig oder trashig. Es macht keinen Bock, wenn nicht andere das zeitgleich gucken und man sich mit denen drüber aufregen kann. Oder wenn man nicht weiß, das läuft samstags und sonntags oder montags, kann man darüber reden. Das war aber ganz schön lang. Wir haben ja jetzt Samstag wieder live und auch letzte Woche war auch live. Und boah, ey, das geht aber lang, ne? Also das merkt man ja so gar nicht, wenn man so eine Aufzeichnung macht. Aber wenn das um Viertel acht losgeht, also es hat total Spaß gemacht und es ging auch irgendwie so schnell um die Zeit. Aber ich gucke da immer und denke, das ist halb eins, du bist jetzt ins Bett. Dachte ich so, während ich noch im Fernsehen war. Du hast auch, während du noch im Fernsehen warst, da rumgegehen. Einmal draußen bei dem Außenspiel, weil das so kalt war. Irgendwie hatte mein Körper da nicht mehr richtig weiß. Ich weiß, es war mir peinlich auch. Aber das ist, weil mein normaler Biorhythmus sagt dann. Und dadurch, dass ich schon so lange Fernsehsendungen mache, ist es jetzt nicht mehr so, dass ich so super, also dass mein Körper jetzt praktisch so viel Adrenalin ausstößt, dass ich jetzt so bis nachts um zwei nicht schlafen kann. So ist das nicht bei mir mehr, ne? Ich bin angenehm angespannt, so wie sich das gehört für eine Sendung. Ich freue mich auch darauf. Mir macht das ja auch wirklich großen Spaß. Das sieht man ja auch. Aber ich bin jetzt nicht mehr so krass aufgeregt, dass in mir so irgendwelche biochemischen Vorgänge dafür sorgen, dass ich trotz wenig Schlaf irgendwie so durchpumpe, so aufgeputscht. Das ist nicht mehr so. Das heißt, irgendwann, selbst wenn ich praktisch gerade gefilmt werde und eigentlich Protagonist einer Samstagabend-Primetime-Show bin, denke ich in derselben Sekunde, oh Mensch, das ist ja Viertel nach zwölf. Jetzt müssen wir aber mal hinmachen, jetzt will ich ins Bett. Und dann denke ich schon so, ah ja, okay, wie kann man so am schnellsten ins Bett? Dann überlege ich währenddessen schon, ah, gibt es hier wahrscheinlich gleich noch einen Hotdog hier danach? Weil wir haben dann immer so, wenn wir dann fertig sind mit der Sendung, da gibt es immer noch so einen Mitternachtssnack. Da steht irgendwo in der Ecke, steht ein Kasten Bier, kann man sich noch schnell nehmen. Dann kann man noch sich so einen Hotdog nehmen. Aber wir kommen ja immer relativ spät aus dem Studio raus, weil wir uns ja noch umziehen müssen und so. Das heißt, meistens stehen wir ganz hinten in der Schlange. Dann überlege ich mir schon, wie komme ich vorher schon an einen Hotdog, dass ich da nicht hinten in der Schlange stehe und warten muss, bis alle anderen gefressen haben und so. Und so, das gehe ich dann schon durch. Wahnsinn. Ich muss aber eins sagen, wir sind natürlich da jetzt nicht gerade objektiv, aber mir hat diese Sendung von vorne bis hinten am Samstag einen Riesenspaß gemacht. Mir auch. Ich war so richtig stolz drauf, das zu sehen, was da so, das war ja jetzt kein leichtes Jahr, auch um das umzusetzen. Also Weltreisen, sag ich mal in Anführungszeichen. Schwierig. Im Corona-Jahr, und das musste man wirklich so immer auch die Zeitpunkte abpassen, wo das wieder möglich war, wo das irgendwie verantwortbar war. Und es hat alles in die Länge gezogen. Die Produktion hat viel länger gedauert als in den Jahren zuvor, wo es dann irgendwie nicht in fünf Wochen durch war, das Thema, die Drehs, sondern es hat sich über das ganze Jahr von Januar bis kurz vor knapp vor der Sendung noch irgendwie was zu Ende gedreht. Und ich fand es aber, ihr wart so gut drauf, Joko und du und Janine, ihr habt das so geil gemacht. Vor allem ist es ja auch nicht so leicht ohne Publikum. Und ich bin jetzt nicht bekannt als der große Lober, aber ich muss euch da mal loben. Das hat einfach, es hat mich richtig stolz gemacht, da zu sehen, was für Inhalte. Also das waren immer noch Sachen, wo man überrascht war, wo man herzlich gelacht hat in den Matzen. Gleichzeitig die gute Laune von euch. Es war kein Geschauspielertes, ich bring dich um, ich zünde dich an. Ihr hattet irgendwie eine gute Chemie. Und trotzdem hat dieser Wettkampfgedanke funktioniert. Es hat mir von vorne bis hinten Spaß gemacht und ich war richtig stolz drauf. Und ich freue mich auf den nächsten Samstag, denn da kommt meine Lieblings-Matz der ganzen Staffel. Wir hatten es vor ein paar Wochen, Monaten schon mal angeteast, weil da Post... Ach, ich weiß, was du meinst. Vom Anwalt kam, dass wir da eine Sache mit einem Huhn geplant haben. Und ich habe diese Matz jetzt gesehen, die ist mit Axel Stein. Und das ist aus meiner Sicht die lustigste Duell-Matz, die seit langer, langer Zeit gelaufen ist. Es ist sehr, 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 sehr lustig. Es ist wie Gosling Gate und Ocean's Eleven in Superdumm. Für eine super dumme Sache, viel zu viel Aufwand und viel zu viel, wie können wir, wie schafft man es, das. Das ist einfach, ich finde, das muss man gesehen haben, es ist wahnsinnig witzig. Und auch die anderen Matzen, kein bisschen schlechter. Und wenn ihr die gute Laune nochmal mitbringt von letzten Samstagen. Aber ich freue mich da auch sehr drauf, weil ich es auch sehr lustig finde. Ich würde es auch gerne nochmal sehen und so. Und tatsächlich, ja, es hat ja auch Spaß gemacht und so. Und ganz ehrlich, den Alten da unangespitzt in den Boden zu stampfen. Zumindest das probieren. Ja, aber er ist Weltmeister jetzt. Ja, ja, Beschiss-Weltmeister. Weil dazu habe ich nämlich nochmal eine Frage. Also es gab ja ein Finale und da waren so Seile gespannt. Und man musste, also Joko und Klaas mussten sich von außen nach innen vorarbeiten. Und eine Glocke läuten und die Regel war, oder ein Buzzer drücken, dass die Füße müssen auf Tape sein. Weil es waren zwei Seile parallel gespannt. Nächstes Mal klebe ich mir das unter die Schuhe und laufe einfach los. Ja, wäre clever gewesen. Und dann sollte man... Ist aber auch sehr langweilig. Das ist, glaube ich, wichtig, dass die Leute wissen, worum es ging überhaupt. Und dann sollte man so wie so Stufen machen in das Seil. Du kleiner Wichser, der wird jetzt die ganze Zeit so Wichsermäßig bleiben. Ich schwöre es dir. Egal, was du jetzt fragst, egal, was ich sage. Der wird jetzt so... Der hat sich jetzt entschieden, er wird der kleine Wichser sein, der das super clever fand von Joko. Dass der das so auf... Clever, das super clever. Genau. Und das ist jetzt seine Haltung. Aber seid ihr blöd! Die Leute wissen gar nicht, wovon wir reden. Das nervt einfach nur. Natürlich, das haben die doch alle gesehen. Ah ja. Also zumindest kam es im Fernsehen. Das ist jetzt nicht keine Geheimsache gewesen. Lass doch Jakob kurz sagen. Es macht gar keinen Sinn, dass ich das nicht erst sagen kann und dass man sich dann aufregt. Es macht gar keinen Sinn. Schmidt ist ein Wichser. Ich kann jetzt generieren. Ja, quer es nicht. Legt mich am Arsch. Nö. Also, es waren zwei Seile gespannt. Die haben zu einem Basser geführt. Man sollte diese Seile überqueren auf irgendeine Art und Weise. Und das Wichtige ist, man durfte den Basser nur betätigen, wenn beide Füße auf schwarzem Tape, das man mitnehmen durfte, wenn das bespannt war. Jetzt kommt meine Frage. Jetzt kommt meine Frage. Jetzt ist es ja so, dass man vor einer Live-Sendung, vor allen Dingen, weil Joko und Klaas, die dürfen ja auch nicht wissen, was da für Spiele sind, damit sie sich nicht vorbereiten. Dann probt man das ja mit so Sportstudenten und so Leuten, die das dann schon mal machen, damit man ja auch als Verantwortlicher sieht, klappt das? Und wie gehen die das an, wenn die nur die Aufgaben stellen? Und kam das da einmal vor, dass jemand das so gemacht hat wie Joko, der ist nämlich einfach irgendwie über das Seil, hat dann Tape einfach an eine Stelle gemacht, seine beiden Füße draufgepackt und dann das Ding gedrückt. Richtig. Also Schach ist ja deswegen so beliebt, weil es unzählige Varianten gibt, mit denen man das Spiel gewinnen kann. Oh, das Spiel der Könige. Das Spiel der Könige. Joko Winterscheid beherrscht es wohl. Der Kasparov der Scheiße. Und das Geile war, das war wirklich, das war doch mal so ein schöner Abschluss, dass Joko mit einem Move gewonnen hat, der so ein bisschen Halbseiden, so die Regeln gedehnt und so, das ist nochmal Klaas Ding. Und dann krakeelt er da rum und sagt, hat niemand gesagt, dass man das nicht darf. Das ist so das Klaas Ding. Und da ist ihm das mal um die Ohren geflogen. Du brauchst überhaupt nicht hier großartig loben, wenn du jetzt wieder so eine Show abziehst hier. Joko hat gebassert, ist so ein Weltmeister, weil er ein bisschen cleverer war als unser Klaas, der sich da einen abgetapet hat und da irgendwelche Stufen und Sprossen gebastelt. Cleverer. Und Joko macht einfach so 30 Zentimeter Tape ab, wickelt das um das Seil und stellt sich halt drauf. Das ist ein Sinnbild für unsere Generation, was der da gemacht hat. Wow, wow, wow. Peinlich. War das im Geiste dieses Spiels denn richtig? Das geht alles im Bach runter, wirklich. Also war das Spiel so gedacht? Stand das so auf einem A4-Blatt, dass man es so macht? Naja, es war tatsächlich... Das ist so interessant, weil da so viele unendliche Möglichkeiten haben zwischen den Regeln. Die Redakteure haben vorher wirklich gesagt, das Cleverste, was man machen könnte, ist sich die Schuhsohlen mit... Ah, echt? Ja. Da komme ich ja auch drauf, aber ganz ehrlich, ich habe ja irgendwie so ein bisschen... Nee, aber zu spät. Naja, ich habe auch einen Unterhaltungsanspruch. Das zu machen und einfach die Regeln so zu dehnen, dass es ja möglichst langweilig ist, das kann ich auch. Ja, ich kann auch da hingehen und sagen, bitteschön, ich weiß, was ich am nächsten Mal mache, da schicke ich einfach einen Brief vom Anwalt und sage, dass dies und das hier... Und dann kann der da verlesen werden, dann bin ich dann Weltmeister und gehe wieder nach Hause. Ist leider keine Sendung, dann stattgefunden kann man sich nichts angucken und finden nach acht, ne? Blöd auch für ProSieben und so weiter, ne? Und auch gar nicht so das, was in meinem ProSieben-Vertrag drinsteht, wurde da gemacht, ne? Sondern da wurde halt einfach mal geguckt, wo ist hier die Lücke im System und dann wird dann das Recht so lange gedehnt, bis irgend so ein Winkeladvokat am Ende sagt, ja, der hat doch richtig gemacht. Ja, gut, von mir aus, ja, dann macht das doch, dann nehmt euch doch irgendeinen Abmahnanwalt, irgendeinen unseriösen Typen, der seinen eigenen Job nicht mehr ernst nimmt, ja? Und dann klagt euch da von mir zum Weltmeistertitel. Also, sympathisch ist das nicht. Also, die erste Frage von Klaas Häufer Umlauf, und das weiß ich, weil ich hab's ja am heimischen Sofa geguckt, war, muss ich denn da so Sprossen machen oder kann ich, reicht es, wenn ich irgendwie in die Mitte komme? Das war deine erste Frage. Ja, in die Mitte kommen, dahin kommen. Und dann ist aber die Kerze da oben in der Murmeln, ist leider ausgegangen, ne? Ja, ja. So, also, apropos Kerze. Willst du nicht Joko nochmal jetzt hier auf diesem Wege? Ja, herzlich Glückwunsch. Ja, herzlich Glückwunsch. Ja, herzlich Glückwunsch. Ja, herzlich. Ja, herzlich. Ja, größe Zeit. Ja, größe Zeit. Klaas ist ein souveräner Typ, der auch mal gönnen kann, der auch mal andere loben. Gönn ja wie. Ja, das machen wir hier. Luf sagt, grüße meinen Joko. So, also, ich gönne dir, lieber Joko Winterscheid, Joko Dieter Winterscheid, wie du komplett heißt. Ich wünsche dir, oder ich wollte dir nun mal die allerherzlichen Glückwünsche übermitteln für den Sieg. Ja. Das ist in der letzten Folge. Den gerechten Sieg. Den gerechten Sieg im letzten Duell in der Welt. War das pfiffig? Pfiffig, clever. Und da wirklich auch mal geguckt, was ist alles möglich. Habe ich also mal um die Ecke gedacht. Ja. Doll. Und ja, und ich wünsche mir am nächsten Samstag, dass wir mit dieser Energie, die jetzt auch in mir, muss ich ganz fair sagen, ein bisschen aufgeladen wurde. Also, ich werde da vermutlich mit einer größeren, auch frechen List, ja, das ist ja wohl offenbar das, was hier alle wollen, ja. Geht es noch darum, Joko zu loben? Nee, Moment, Moment, nee, nee, ich will einfach... Mach aus, Schmini. Also, ich habe ja hier festgestellt, das, was die Zuschauer und letztendlich auch die Mitarbeiter eigentlich wollen, ist, dass man möglichst guckt, wo ist hier das Loch im Regelbuch, ja. Und da werden wir alles durchschießen. Das war dir völlig fremd bisher, ne? Völlig fremd. Das hast du nie gemacht. Und ganz ehrlich, wenn ihr das so wollt, am Samstag gibt es ja, wir werden die Karten neu gemischt. Wenn die Leute jetzt hören, morgen. Ja, also, Samstag, Primetime, Viertel nach acht läuft das Duell in die Welt live und wenn das hier offenbar der neue Need ist, dass man so einen, jemanden hat, mit dem man hier, wenn man so der Hass-Martin, wenn das jetzt hier das Neue ist, kann ich auch. Joko Hass-Martin. Kann ich auch. Schmitty, was bist du eigentlich für ein Fernsehtyp? Wie guckst du Fernsehen? Alles. Alles. Ja, also, ich präzisiere die Frage. Na, also, ich will wissen, ich habe ja beschrieben, dass ich halt vorher ein ganzes Leben auf 20.15 Uhr ausgerichtet habe. Ja. Priorität eins. Ja. Wie bist du, wie hast du das gemacht? Also, wie ist überhaupt deine Fernsehguck-Situation? Wie guckst du Fernsehen? Das ist Hintergrundgeräusch vornehmlich. Also, ich komme heim, der Fernseher wird angemacht, auch wenn ich dann vier Stunden nicht davor sitze. Also, es beschallt so das Ganze überall. Ist das bei dir auch so, dass wenn du einen Raum verlässt, dass du dann kurz den Fernseher in dem Raum ausmachst? So wie Licht andere Leute? Nö, das läuft einfach durch. Das dudelt so? Ja. Okay. Ich bin sogar kürzlich, bin ich noch mal rausgegangen, so ein bisschen spazieren um den Block. Ne? Ja. Habe ich im Fernseher vorsichtshalber auch mal angelassen. Das verstehe ich. Jetzt, wenn ich heimkomme, ist es gleich so wie in der Weihnachtsgeschichte von Luke Awkward. Und ist es so, also, überlegst du dir, welche Sender dudelt, also, oder ist es für dich egal? Es wird rumgesappt, es wird den ganzen Tag, also, wenn ich dann davor sitze und nicht irgendwie währenddessen was koche oder sonstiges, wenn ich davor sitze, wird viel, viel gesappt. Und dann muss ich mich so, ich kann mittlerweile auch nur noch am Wochenende Filme gucken und maximal so einen, vielleicht Samstagabend so, das muss ich mir so schon eine Woche vornehmen. Das ist am Samstagabend, wird ein Film geguckt. Früher habe ich nur Film geguckt. Von morgens bis abends Film geguckt. Fünf Stück am Tag teilweise. Und das ist vollkommen, mir ist es zu anstrengend. Ich höre mir das ganze Gelaber hier an, ich höre mir das Gelaber auf der Arbeit an, ich werde den ganzen Tag zugelabert, dann komme ich heim und da habe ich einfach nicht mehr die Konzentration. Und das reicht oft nicht mal mehr für Frauentausch. Dann kann ich das maximal noch nebenbei laufen lassen. Das ist ja schrecklich. Ja. Ihr habt mir mein Fernseherlebnis schon arg beeindruckt. Das reicht nicht mal mehr für Frauentausch. Ich muss weinen. Aber wie ist denn das? Machst du zum Beispiel wie ich einen Unterschied? Gibt es Programme, die du eher sitzend genießt und gibt es Sachen, die du liegend genießt? Nee, alles liegend. Was baust du dir denn da für eine Fantasie zusammen durch die Infos hier? Nein, überhaupt nicht. Wenn ich zum Beispiel Fußball gucke, gucke ich immer im Sitzen, weil ich das nicht mag, wenn man praktisch so falsch auf das Spielfeld guckt. Fußball gucke ich immer im Sitzen. Aber zum Beispiel Markus Lanz gucke ich sehr gerne im Liegen. Natürlich, aber warum? Weil das so müdlich ist. Ja, das ist aber... Filme gucke ich auch lieber gerne im Sitzen. Aber bei Markus Lanz ist ja eigentlich im Prinzip egal, warum du den drehst, der sieht ja immer geil aus. Aber Filme zum Beispiel gucke ich nicht gerne im Liegen. Das stimmt. Weißt du, durch die Perspektive ist es unangenehm. Es ist unangenehm für alle Beteiligten, wenn man auch so irgendwie einen Film guckt, der vielleicht auch visuell was hier macht, dann guckst du den so schräg. Ja. Weil du so da liegst und guckst so schräg auf den Fernseher drauf. Es ist eigentlich Plasphemie. Exakt, das meine ich. Also es muss doch geplant sein. Ja, das stimmt. Ja, ich gucke abends kein Fernsehen mehr. So spät. Dann gehe ich im Bett. Wenn ich müde bin, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt liegen, dann mache ich die Augen zu. Ja? Ja. Kannst du mal noch erzählen, dass du manchmal die Augen auch aufmachst und dann hast du... Klaas hat sich nämlich was gekauft. Was denn? Wir machen hier jetzt mal Schmitz Technik Ecke, aber die wird von Konsti, von Kult Konsti ersetzt durch Klaas Technik Ecke. Mal kurz. Daddeln, fummeln, ausprobieren. Klaas Technik Ecke. Hier ist viel was dabei. Also folgende Begebenheit hat sich bei Florida TV kürzlich ereignet. Unser geschätzter Kollege Tim Sproten, der verantwortet so die Florida Reklame bei uns im Haus. Und es ist jetzt ja kein Geheimnis, dass wir ein bisschen beteiligt waren an den Regierungsspots für Corona der Bundesregierung. Und infolgedessen musste der Tim Sproten öfter mal kommunizieren mit der Regierung in Form von Seibert oder anderen Regierungssprechern, die da noch so den Nachklapp so ein bisschen mit ihm besprochen haben. Und da gab es auch wieder eine Telefonkonferenz mit vielen, vielen wichtigen News für unser Arbeitsleben. Und dann rennt Tim Sproten mit diesen News im Gehirn in das Zimmer, in das Büro von Klaas, da hinten links, wo es so nach Qualm stinkt. Und dann macht er die Tür auf und will sagen, was die Bundesregierung gerade vermeldet hat. Und sieht den Moderator und Star, Klaas Häufer Umlauf, auf einem Stuhl sitzen und der hat eine Oculus Quest Brille auf. Also so eine Virtual Reality Brille, hat in der Hand zwei Joysticks, mit denen er quasi die Hände simuliert in seinem Headset. Es ist so abgefahren. Und er macht da Klötze und schießt da Klötze durch den Raum. Und Tim hat wirklich alle Mühe, also der fruchtelt da in seinem Stuhl rum, hin und her. Und dann schießt er da noch was. Kopfhörer auf, sieht nichts, den Kopf hin und her geschmissen. Und Tim muss da, Klaas, die Regierung, Klaas, von Frau Merkel, Klaas, Klaas, jetzt gucken. So hat sich das zugetragen. Ja, aber ich finde dieses Ding, also das war tatsächlich ein ungünstiger Moment. Ich habe noch gar nicht die Gelegenheit gehabt. Für wen? Naja, also insgesamt. Weil ich hatte noch gar nicht die Gelegenheit, überhaupt so richtig damit so rumzuspielen, weil ich gar keine Zeit hatte. Aber ich habe das da mal eingerichtet. Man muss das ja erstmal einrichten und so. Kalibrieren. Ja, und was ich da gerade gemacht habe, das ist auch ungefähr das Einzige, was ich bislang damit gemacht habe, ist so, da gibt es irgendein Menü, wo man das so lernt, wie man das überhaupt alles benutzt. Und da sitzt du dann in so einer Startsimulation und da musst du irgendwelche Klötze da aufeinander bauen. Und ja, das muss halt auch gemacht werden, sonst kann man das nicht benutzen, diese Zukunftstechnologie. Und ich bin ja nun wirklich, das wisst ihr, nicht besonders empfänglich für irgendwelche neuen technischen Geräte. Das ist mir alles egal. Aber diese Dinger, diese Virtual Reality Brillen, ich finde es unglaublich, wie das ist. Und da gibt es dann so einen Store und da kannst du dir dann so Sachen aussuchen und dann kannst du so Filme, also da gibt es dann teilweise natürlich diese Sachen, die man so kennt, aber die sind halt beeindruckend. Du läufst über so eine Planke rüber und es ist irgendwie interessant und ich will das halt ausprobieren, weil ich das für unglaublich verrückt halte, dass das möglich ist. Und es war mir in meiner ganzen Jugend und meiner Kindheit wurde mir immer Virtual Reality versprochen. Wie lange spricht die Forschung, wenn ich so möchte, oder die Unterhaltungselektronikindustrie schon davon, dass Virtual Reality irgendwie, und immer wurde ich enttäuscht. Immer wenn es hieß, hier kommt Virtual Reality, war immer nichts drin in der Schachtel. Das war immer scheiße. Und es war nie so, dass ich irgendwie beeindruckt gewesen wäre davon und so. Und seit es diese komischen Brillen gibt, auch das verliert dann ja schnell seinen Reiz und so und dann legt man es wieder in der Ecke. Ich hatte so ein ähnliches Ding schon mal. Aber ich finde das doch Wahnsinn. Und da möchte ich noch eine Sache zu erzählen. Es gibt nämlich ein Spiel darauf. Das ist praktisch das nächste, was ich nach diesem Ding einmal mir angeguckt habe. Und das ist so geil, weil ich damit eigentlich gar nichts gemacht habe. Das ist so ein Horrorspiel. Und das heißt irgendwie Layers of Fear oder so. Das kann man da sich so ganz normal runterladen und dann hast du das. Und dann stehst du in so einem Raum, draußen regnet es, in so einer alten Villa. Und du hast dieses Ding auf und stehst da so drin. Und dann siehst du so deine Hände. Und es ist eine ziemlich gute Grafik. Und dann kannst du in so einem Raum rumlaufen. Und dann stehen da so Kinderschuhe so in der Ecke. Und dann ist da so ein kleines Büchlein. Das kannst du so aus dem Schrank nehmen und aufmachen und so. Und dann müsste man eigentlich in den nächsten Raum gehen. Du kannst dir eine Tür aufmachen und dann kannst du wirklich physisch laufen, wenn du genug Platz hast, da wo du das machst. Und dann gehst du in diesen anderen Raum rein und da ist dann so eine große Freitreppe und so ein fieser Tisch irgendwie und so schwere alte Holzschränke. Und dann ist da noch so ein Fenster und draußen regnet es. Und man guckt so in den Garten rein, das sieht alles fies aus. Und ich traue mich aber nicht weiterzulaufen. Ich traue mich nicht. Das ist wie in echt. Das heißt, ich habe gar nichts von diesem Spiel. Ich habe mir das runtergeladen. Ich setze das auf. Es ist helllichter Tag. Alles wunderbar. Ich setze mir die Kopfhörer auf. Dann ist das natürlich auch so ein 3D-Sound. Das heißt, wenn es irgendwie knallt, ist das halt auch hinter dir. Und du denkst die ganze Zeit, wenn da jetzt gleich einer die Treppe runtergerannt kommt, dann kriege ich einen Herzinfarkt und bin tot. Und deswegen spiele ich dieses Spiel. Ich stehe in diesem Raum, gucke so kurz, so verstohlen aus dem Fenster und denke, na, ist da einer im Garten? Und das war es. Mehr traue ich mich einfach nicht. Und dann mache ich nicht mehr. Dann mache ich das wieder aus und denke, ja, das ist genug Erlebnis für heute. Ich stand da einmal in dem Zimmer und fertig ist. Aber ich würde in 100 Jahren nicht diese Treppe da hochlaufen. Ich hatte für die Playstation auch diese Brille und habe dann Resident Evil damit gespielt. Absoluter Horror. Ich musste es abbrechen. Es war mir, also wirklich, es war kein Fun mehr. Nee, da ist einer mit einer Kettensäge und du weißt, im Verlauf des Spiels wird er dich schon irgendwann mal finden. Aber was ich süß fand, normalerweise, Klaas, funktionierst du ja so. Du schnappst von irgendwo jemandem was auf. Das sind oft auch wir, die sagen so, ey, hast du das mal gesehen? Das ist geil. Das müsste man sich mal kaufen. Und wenn du dann was damit anfangen kannst, dann wartest du noch, bis zwei andere hatten und irgendwann kaufst du es. In dem Fall kam das so völlig aus dem Nichts. Ich habe keine Erklärung. Ich wurde nicht Influenced. Nein, du wurdest nicht Influenced. Und ich habe keine Erklärung, warum du auf einmal diese Okuluster hast. Und die hast du dir ja selber. Ich kann dich einfach selbstständig mal was machen. Ja, das ist aber ungewöhnlich für dich. Ja, hast du gegoogelt nach diesen Brillen? Ich habe ein YouTube-Video angeguckt. Es gibt so einen Typen, der hat irgendwie da 20 so eine Brillen und da gibt es da die unterschiedlichsten Sachen. Und da habe ich mir, ich habe mir jetzt nicht die ganze Stunde da angeguckt, weil irgendwann wird das auch langweilig. Aber da gibt es da so einen Freak irgendwie, der ist da, der ist noch größerer Fan von diesen ganzen Sachen als ich. Und der ist auch nachhaltig Fan. Bei mir ist es tatsächlich so, ich benutze das dann ein paar Mal und dann finde ich das spannend und dann liegt das da und dann meistens auch aus Zeitgründen und dann, weil die Sensation ja dann doch irgendwie geschehen ist, tue ich es zur Seite. Aber der Typ, der ist da dran geblieben und der erklärt einem halt, wie die Dinger da, was gut ist daran. Das hast du gesehen. Das habe ich mir ein bisschen angeguckt, dann habe ich das bestellt, dann kam das, dann habe ich das ausgepackt, eingerichtet, dann hat die Regierung was gewollt und die haben mich dann da mit unterbrochen. Du hast es sogar mit zu Duell um die Welt, zur Live-Show. Dein Manager, Ansa, musste diese Okulus-Brille hinter dir hertragen und du hast Joko in der Werbepause damit vollgequasselt. Das habe ich übers Ohr gehört. Und soll ich auch was sagen, weil ich dachte, da kann ich ja dann endlich mal ausprobieren, weil ich vielleicht Zeit habe. Pustekuchen ging auch nicht. Lag dann wieder rum. Du musstest da gegen Joko kämpfen. Ja. Naja, aber so, dass man damit das Zeit hat. Da habe ich einfach nur so durch die Gegend geschleppt und dachte, man könnte das mal irgendwo. Aber ich habe dir das auch mal gezeigt, weil ich habe das auch mitgenommen, weil ich dachte, ich will das auch mal laufen. War das geil? Es ist schon gut. Weil bei mir ist es richtig tragisch, wie du sagst, ich habe auch als Jugendlicher, habe ich nur auf diesen Tag gewartet, dass sowas möglich ist. Habe mir das so vorgestellt, damals noch an der Playstation 1 und dachte, wie wird das mal werden, wenn ich da Formel 1 spielen kann mit der Brille und so. Und jetzt bin ich aber zu alt. Das ist jetzt da. Ich bin jetzt aber so alt, dass mich das gar nicht mehr interessiert. Das ist aber tragisch. Nee, das stimmt aber nicht. Dressiert mich einfach nicht. Nee, nee, nee. Ich könnte mir doch auch diese Playstation-Brille kaufen. Ja, klar könntest du alles. Dressiert mich einfach nicht mehr. Ja, aber glaube ich dir nicht, weil das ist jetzt nicht so ein neues Feature, sondern das ist die Medien, die du sowieso irgendwie so in deinem Leben hast oder die Sachen, die man so machen kann, die werden dadurch praktisch auf so eine andere Ebene des Konsumierbaren gehoben. Jetzt vielleicht noch nicht mit dem Ding, aber das ist schon so die grobe Stoßrichtung, wo es irgendwie hingehen wird. Das wird es wahrscheinlich alles noch viel einfacher und benutzerfreundlicher und besser geben und so. Aber dieses Erlebnis zu sagen, man hat tatsächlich eine ziemlich gute Imitation oder Simulation von etwas und so, da wird es schon irgendwie so hingehen. Und ich glaube, wenn man da jetzt loslässt, bei vielen anderen Dingen muss es nicht unbedingt so sein. Ich finde, man muss jetzt nicht alles wissen über jede Technologie. Aber das ist so eine Sache, grundsätzlich dieses Empfinden, wenn du das komplett ablehnst, ist das so der erste Punkt, wo du so eine Kultur vorbeiziehen lässt, die irgendwie schon noch was mit den nächsten 10, 20, 30 Jahren zu tun haben wird. Also da besteht Gefahr, da die Rücklichter zu sehen. Also dann, liebe Freunde von Sony, dann schickt mir das gerne alles mal zu. Mit einer Playstation 5. Genau, weil die kann man nicht im Handeln bekommen. Ich will die haben! Du kannst jetzt mal rausgehen hier aus dem Raum, weil jetzt wird es mal. Wollt ihr wieder battlen? Ja, wir wollen. Nein, nicht battlen. Ich will nochmal aufmerksam machen. Wir strecken ja unser Köpfchen so ein bisschen in die Promi-Welt. So, erzwungenermaßen. Ich habe nicht danach gerufen. Du, Klaas, hast mich da reingeschleppt. So, jetzt bin ich da drin. Ich kriege, ich kriege an einem Montagabend, kriege ich alle Nachteile davon, kriege ich ab. Nämlich, man wird zum Meme bei Twitter und Instagram und Scheiße und dies und das und die Eltern werden noch angerufen. So, es gibt aber auch Vorteile. Nämlich, wenn so eine Playstation 5 released wird, werden alle F-Promis mit einer Playstation 5 ausgestattelt. Selbst Daniel Boschmann, Entschuldigung, aber der Frühstücksgröße, der jetzt auch nicht der Streamer ist, der hier irgendwie bei Twitch 24 Stunden sendet, sondern dem haben sie auch eine geschickt. Um dem eine Freude zu machen. Genau. Und jetzt ist Weihnachtszeit und jetzt könnte uns doch die Sony, könnte uns doch auch mal eine Freude machen und dem Jakob und mir eine Playstation 5 zukommen lassen. Ja, frag die doch. Was hat mich damit zu tun? Du verbietest uns das ja immer. Du sagst dann immer, ja, ist ja peinlich. Geht doch battlen. Ja, ist mir doch egal. Mach doch. Du würdest ja eine kriegen, ne? Ja, will ich aber nicht. Interessiert mich nicht. Also wir wollen es gerne haben. Bitte zuschicken. Wie frech. Ich will die nicht haben. Könnt ihr euch behalten, könnt euch den Arsch stecken, Sony. Das Piepen war. Das wird rausgestimmt. Das wird gepiept einfach. Und wenn es Sony nicht ist, vielleicht kann ja... Ganz ehrlich, mal vorgemerkt, Playstation 6, 7 und 8 können euch auch eine Arsch stecken. Würde ich auch nicht haben, wenn die irgendwann mal erfunden werden. Jetzt hat er wieder abgebissen. Jetzt kannst du, Schmitty. Nee, es lässt mich sprachlos zurück. Du könntest ja sagen, liebe Sony, ich bin so ein Fan, ich brauche gleich zwei Playstation 5. Ja, genau. Und dann regeln wir das schon so. Eure Kinderspiele, da könnt ihr behalten, da hat es Besseres zu tun. Jetzt wollen wir nochmal kurz einen Blick werfen. Also morgen, wenn ihr das heute hört, 20.15 Uhr pro 7, das Duell um die Welt live. Hier kann man mal wieder das von uns heute besprochene 20.15 Uhr Gefühl zu sich nach Hause holen. Man kann den ganzen Samstag auf 20.15 Uhr auslegen. Man kann im Supermarkt geile Chips kaufen. Man kann mal neue Chips ausprobieren. Aber nicht vergessen, auch die Chips kaufen, die man auf jeden Fall mag, wenn die neuen nichts sind. Und sich so richtig so eine schöne Schüssel voll mit Sachen machen. Einfach für den Abend. Dann, weiterer Blick in die Fernsehzeitungen, die wir jetzt gemeinsam hier audiomäßig durchgehen. Ist der Montag, da sind schon wieder drei rosane Daumen. Denn da haben Klaashofer Umlauf und ich ein Best-of produziert. Das erste von zwei. Das haben wir eigentlich nur für dich produziert, Schmitty. Du weißt ja noch nicht, was da passieren wird. Ich bin großer Best-of-Fan. Das Weihnachts-Best-of immer grandios. Du hast uns letztes Jahr massiv kritisiert. Da hieß es lieblos, lustlos. Da hast du uns vorgeworfen, wir hätten ja einfach nur in unser Drecksstudio einen ollen Adventskranz gelegt. Und hätten dann gesagt, das wäre Weihnachten. Ja, hingeschissen ist gefallen. Hingekackt und hingeschissen hast du gesagt. Jetzt haben wir was Gutes gemacht. Genau, wir haben uns da viel angehört. Aber du hast uns auch natürlich in deiner unnachahmlichen Art angespornt. Und dieses Jahr gibt es ein Best-of. Der erste Teil läuft am Montag um 23.10 Uhr. Da ist also ein Special-Effects, was da an Geld reingeflossen ist, was man da sieht. Zwei Sachen sieht man da. Fuck you, Spielberg. Das ist ein Best-of. Ja, so ist das nämlich. Die Wachowski-Geschwister da. Ihr könnt uns mal kreuzweise am Arsch legen. Denn wir sind rumgefahren mit... Nicht sagen! Du darfst ihn noch nicht sagen. Warum das denn nicht? Er soll das sehen. Ja, weil dann der Zauber sofort... Nein, du sollst erst mal dich drauf einlassen. Jetzt bist du, wenn du jetzt... Okay, ich sag was anderes. Dann ist das schon wieder so voreingenommen. Ich sag was anderes. Ich sag was anderes. Es gibt in dieser Anmutung, in der wir da dieses Best-of präsentieren, gibt es einen Boden. Den siehst du vielleicht hier und da in so einem Schnittbild kurz mal. Und dieser Boden, das ist so ein Parkett, ne? Dieser Boden ist aus Matrix 4. Und da hat der Typ bei Matrix 4 abgebaut. Ja, der war bei uns der Boden, von Matrix 4. Und hat den bei uns wieder aufgebaut. Haben wir gekauft extra auch dafür. Das ist der Boden, aus dem Corona-Partysau Keanu Reeves schon drauf rumgelaufen ist. Ja. Und da haben wir auch draufgelaufen. Haben wir extra auch da hingekauft. Viel Geld. Ich bin gespannt. Klebt ihr noch von der Party noch Corona dran? Das wird so krass, Schmidt. Ey, das wird auch... Ey, das musst du aufrecht gucken, das Best-of. Weil es visuell einfach auch... Es ist ein Schmanker für die Augen. Ah ja, okay. Und Klaas und ich... Wir haben so richtig... Nicht, dass sein Duell so abstinkt. Das kann sein. Gott sei Dank läuft das dann nach. Ja, weil Klaas hat auch toll moderiert. Wie bei 100.000 Lichter. Jede Moderation hat er Wochen vorher geschrieben. Damit da jedes Komma sitzt und jede Pause. Es ist nicht lustlos gewesen. Und es war auch nicht kalt und nach Minute 3 alles scheißegal. Ich bin tatsächlich mit einem Privatflieger bin ich nach New England, Maine zurück in diese ganzen Künstler-Enklaven da nördlich von New York. Mit Michael Caine zusammen. Mit Michael Caine zusammen. Auf dem Weg nach Kanada bin ich da mal rechts rangefahren in die Wälder und hab mich da in so ein Cottage zurückgezogen. Cottage. In so ein kleines Häuschen. Hab da auf den Atlantik geschaut und... Geschrieben. Hab diese Moderation geschrieben. Und zwar mit einer Feder. Und mit der Feder, mit der Wolfgang Job sonst seine Bücher schreibt. Und mit dieser Feder habe ich meine Moderation geschrieben und sie da aufgeführt als wirklich... Also ich hab die da aufgeführt, wie damals als das Theater im alten Griechenland erfunden wurde. Ja, so war's. Also wer das nicht guckt, ist ein Arschloch. Sag ich jetzt einfach mal so. So kann man das auch sagen. Wenn dann am Montag unsere Playstation 5 da sind, dann kann man den ganzen Tag das Zocken da. Und abends noch das Best aufgucken, das wohl anscheinend so sehr gelungen ist und so überhaupt nicht hingeschissen wie all die Jahre zuvor, dass ich mich da richtig drauf freue. Und dann weiß man, es ist halt... Peter Jackson hat angerufen, der hat das Rohmaterial gesehen vom Best auf Peter Jackson und hat gesagt, ey Leute, ey, Hut ab. So im Vergleich zur Echsenmatz, wo würdet ihr das ansiedeln? Das ist produktionell ein anderes Level, Schmiddy. Ja, aber von der Echsenmatz muss man wirklich sagen, da geht wenig drüber in meiner Wahrnehmung. Ich möchte sowas gerne sofort nochmal machen, Anfang nächsten Jahres. Da kannst du dir schon mal ein bisschen was blocken im Terminkalender, weil dich, mein kleiner, junger Padawan, dich werden wir noch groß rausbringen. Schauen wir mal, ne? So, das war Baywatch Berlin für diese Woche. Ich hoffe, sie haben alle mitgeschrieben. Alle Informationen, was sie sich angucken müssen, gibt es noch in den Shownotes. Clever, was? So, tschüss, das war Baywatch Berlin. Alles Liebe. Alles Gute. Baywatch Berlin Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.